Das kann ... Jetzt bleib' ich an deiner Kundel hängen! Chris, warum hast du nicht einfach Jugger noch geholt? Mahlzeit, Leute! Kevin hier am Start. Lange habt ihr euch gewünscht, ein Zombie-Video mit Alex und Chris auf Spaceland. Warte, warte, warte. Wer ist das hier? Wer bist du? Die haben keine Namen. Es sieht 1 zu 1 aus wie Chris. Ich seh mich unten in der Karte! Hier mal eine klitzekleine Unterbrechung, um zu erklären, warum es keine Facecam gibt. Meine Datei, die ich abspeichern wollte, also die Facecam-Datei, war leider fehlerhaft. Und ich konnte sie nicht mehr reparieren, gar nichts. Sie war einfach verloren. Deshalb musste ich komplett auf Facecam verzichten, musste auch Alex seine Audiospur verwenden. Das bedeutet, Alex ist ein klein wenig lauter als ich. Trotz alledem ist es mein Gameplay. Es war eine coole Zombie-Runde zu dritt. Wir sind relativ weit gekommen, wie ihr auch schon von der Zeit her seht. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Lasst ein Däumchen da und weiter geht's! Ah, jetzt höre ich was. Soll. Die Fresse, ihr Knärpelt, Junge. Ihr habt eine richtige Ahnung von dem Spiel, habe ich gehört. Hä, warum messet man die nicht? Du kannst die wegschlagen. Oh, ich wäre fast tot. Fast. Also ich habe bis jetzt noch kein Match mit anderen Leuten gemacht, muss ich sagen. Ja, weil ihr keine Freunde habt. Wahrscheinlich. Ja. Bei Nummer 24 übrigens. Wir können uns mittlerweile die Punkte sogar teilen. Das heißt, wenn wir hier irgendwas aufkaufen wollen, ich mache jetzt einfach mal hier das auf. Das heißt, dass zum Beispiel jetzt, wo wir gleich für 1000 Punkte was aufkaufen müssen, da können wir beide zum Beispiel, da kann zum Beispiel Chris, dein Mongo, Geld reinpacken. Ne, möchte ich aber nicht. Oder auch nicht. Nö. Ja, ich dachte, man kann da irgendwie zusammen was machen. Egal. Stargate, you're Stargate. Uh. Chris, du weißt, wie man den Hacker puncht? Oh, warte. Ne, wir müssen die Aufgaben nochmal. Ne, nicht mit euch. Also, was ich schon gecheckt habe, ist das mit den Münzen, wo ich sie einlöse. Bin ich nicht cool? Das ist richtig krass. Aber du musst mal sagen, welche du hast, dann können wir vielleicht noch ein paar andere Waffen machen. Oh, yeah. Check it out, yo. Chris, wenn du Münzen siehst, einsammeln. Ja. Oh, hab ich schon. Glaube. Welche hast du? Weiß ich doch nicht. Ja, siehst du doch unten links, wenn du eine eingesammelt hast. Weiß ich doch nicht, sag ich! Konzentriert euch. Acht Zombies aus der Distanz ausschalten. Das kriegt ihr hin, oder? Was? Äh, wenn ich welche aus der Distanz sehe. Was ist denn Distanz? Warum leuchten die denn jetzt weiß? Das sind die, die weiß markiert sind. Hör doch mal zu, Kloppkind, ey. Hab ich gemacht. Drücken sie Touchpad für Inventar, was weiß ich von mir. Was hat denn jetzt? Alex, hilf uns, Alex. Ich bin überwundert, Alex. Ich kann mir nur helfen, wenn man euch in den Bus setzt oder in den Kipp runterfahren lässt. Versteh ich nicht. Lass übrigens Däumchen da, wenn ihr die Runde feiert. Machen wir das in Zukunft nochmal. Oh, was ist denn das hier? Und schickt Hilfe einfach nur. Wo kann ich eine Waffe kaufen? Was ist das denn da? Bin ich hier bei Spaceballs oder was? Ich habe keine Muni mehr. Ich kann nicht aus der Distanz gehen. Ich auch nicht. Ey, Alex. Wir müssen die Waffen alle wenden. Da ist doch eine. Was? Alex, mach doch mal was. Hallo. Kauft euch hier die Oni zum Beispiel. Warum greifen die Zombies nicht an? Ja, aber du... Ich wollte nicht mal dich fressen, du. Was machst denn du? Wir haben noch eine Aufgabe. Was macht das? Junge, grüß du Idiot. Lord Helmchen, Alter. Was? Lord Helmchen ist zurück, ja Gerd. Was hab ich da eingesammelt? Lord Helmchen stimmt. Für die, die es nicht wissen, Leute. Lord Helmchen war eigentlich mein Tschech. Von Chelsea. Jetzt ist grüß, Lord Helmchen. Halten Sie die aktuellen rauskommen. Ey, wir sollen einen Kill, schnell. Oh mein Gott. Gerade noch geschafft da. Zum Glück haben wir mich. So, wo wollen wir zuerst? Wollen wir in die Arcade-Halle oder wollen wir zur Kiste? Hallo. Was willst denn du von mir? Willst du in die Arcade-Halle Tickets verdienen oder willst du zur Kiste? Ist mir scheiße, ja. Mache Kiste. Ja, dann müssen wir links rum. Chris, komm mit. Ich glaub David Hesselhoff hinterher. Warum geht das nicht? Mach mal, Idiot. Ey, was ist denn das hier? Warum geht das nicht auf? Pack mal Geld rein. Das ist anscheinend teuer, wenn du Leuten zockst. Da kann nichts, Alter. Ey, da stand, dass es 1000 Punkte kostet. Ja, muss ich mal doch machen. Muss ich mal doch. Ist immer dasselbe mit dem. Und der will uns sagen, wie man diesen Modus spielen soll. Echt mal, Alter. Das ist echt ein Witz. Alex, sei einfach mal für einen Moment ruhig. Du siehst doch, alles nach hinten los geht. So, da unten liegt noch eine Münze. Nimm die mit. Das ist eigentlich ein ruhiges Mund. So, warte mal hier. 1250. Strokodil. Kann ich die Luftballons kaputt schießen? Oh mein Gott. Dann soll die Luftballons kaputt schießen. Oh mein Gott. Kann ich auch Messern? So, jetzt bin ich 1400 dabei. Was war denn das eben? Warum war das so teuer? Der Zombie rennt. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Das geht natürlich. Mit wem redet der? Bist denn du, Mann? Ich bin bei der Kiste, ihr Vollidioten. Ach, da hinten. Man sieht es durch die... Du bist denn, wo da hochgekommen? Über die Treppe. Ich aktiviere schon mal das Portal. Jetzt kommen übrigens Killer-Clowns. Was? Killer? Ehrlich jetzt? Ja. Wo ist hier die Kiste? Oben, die Treppe hoch. Ach, übrigens, da dürfte ich in den Eleminator kommen. Also, Chris, reiß dich mal zusammen, bitte. Warum dürfte ich in den Eleminator kommen? Das ist eine Aufgabe. Wo ist hier die Kiste, Mann? Ey, du gehst einfach die verdammte Treppe hoch, da wo ich eben oben war. Warum sterben die Clowns One-Shots? Ja, ich bin hier. Bin ich hier richtig? Alex, wo ist der Sinn von den Clowns, wenn die One-Shots sterben? Das wird nachher schwieriger. Da ist doch die. Das ist das Magic Wheel. Ach so, sag das doch, Hessler. Ist das die Kiste? Hätte ich gesagt, das ist das Magic Wheel, wo man die Waffen bekommt, der hättest du gesagt... Ne, da hättest... Ich hab die Farmers. Ist das gut? Farmers? Ja, der Farmers Remake hier, wo du mit Laserkugeln schießt. Oh yeah. Ich hab einen Sniper, ist das gut? Nein. Ich hab hier übrigens Münze. Oh, welche Farbe? Gold. Ich hab ne Axt aufgenommen, das kann doch nicht wahr sein. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ja. Wie das aussieht. Ey, ich bin der hier. Hallo. Oh mein Gott. Du bist richtig am Mongo jetzt. Ich möchte gern Suizid begehen. Soll ich geh auch mal hier ans? Magic Wheel. Wo soll ich das orangene Ding einlösen? Orangenes? Was für ein Orangenes? Orangene Münze, Mann! Hä? Es gibt nur blau, grün und rot. Blau, Umrandung und... Achso, ja, okay. Dann komm mit. Hey, schütz mich mal. Ich geh doch mal an die Kiste dran. Wo bist du? An den Magic Wheel. Ich bin in der Mitte gerade, Kevin. Komm mit in die Mitte. Ey, hier kommen grad die ganzen Viecher. Du hast ne Axt, die killt immer noch. Die ist gut. Ehrlich jetzt? An sich ja. Probier's mal. Na, guck. Oh, herbe nice. Jetzt musst du noch mal dein Gerät anwenden. Komm her, ich geh doch nicht alle! Was läufst du für Scheißwege? Lauf geradeaus, Junge. Ich hab euch alle in zwei! Chris, kauf mal hier auf. Du hast genug Geld. Wer, ich? Hier oder nicht? Komm hierher. Nein, nein, nein. Chris, aufkaufen! Hä? Ey, du bist so ein Egoist. Mehr Geld benötigt. Da hat die alle. Da läuft Adolf! Ey, der sieht aus wie Adolf. Hier unendete Granaten haben wir. Ich bin in Rang 2. Uuuuh. Ey, die Axt ist der Hammer, Alex. Ich weiß. Kauft jetzt hier mal einer. Du kannst sogar die Axt punchen. Wie lange ist die One Kick? Ja, hier leben. Keine Ahnung. Ey, hier laufen Zombies drum. Die sehen aus wie Adi jetzt. Ohne Scheiß. Ey, jetzt kauf doch mal hier die Tür auf. Kaufe, Mann. So, ich komm sofort. Ich tö grad die ganzen Zombies. Ja, jetzt sind eh alle Zombies weg. Achso. Das war mir jetzt bisschen zu einfach dieser Zombie-Modus. Was ist ein Werk-Unterricht? Ich hab gespendet. Schmeiß mal den Rest rein. Das funktioniert doch, siehste. So. Jetzt müssen wir Strom aktivieren. Mache. Wie sieht man denn hier im Himmel die Kiste? Ah, genauso mit diesen lilanen Strahlen, ne? Genau. Das dauert hier so lange. Hilfe, ein gütig Loch. Ich glaub ich bin falsch gelaufen. Kann das sein? Ich glaub ja. Ich hab eine Banate jetzt geworfen. Wir haben eh nicht mehr unendlich Banate. Das liegt hier. Magazin nämlich mit. Ich hab mir grad vor, hier wie bei Dead Rising, Alter. Hier liegt noch ne Münze, Alex. Ja, muss Chris aufnehmen, falls er noch keine hat. Jetzt hab ich sie. Was mach ich damit? Äh, erstmal aufbewahren. Kannst du theoretisch da wo die Kiste ist einlegen. Instacill. Ich kann die nur tauschen. Was hast du denn dabei? Na, so ne goldene. Ja. Wir müssen nicht lassen, was die kann. Da siehst du doch nur Umrandung von, oder nicht? Oben links? Wo denn? Unten links ist die. Ja. Die ist rot-gold. Okay, rot. Komm zu Papa. Ja. Wie kannst du denn da bei der Kiste einlegen? Die Münze? Ja. Nimm die Sonnenbrille mit. Ich hab ein Ticket. Ich hab ein Ticket. So, ich kauf mir jetzt die nächste frei. Ach, Mann. Ich muss zur Kiste. Dann geh zur Kiste. Noch ein Zoll ist im Nahkampf. Chris, hau noch einen weg. Kannst die Mission abschließen. Ah, ich brauche ein Zombie. Hier ist keiner. Du gehst in die komplett falsche Richtung. Da, ich seh, ich seh einen. Oh, das ist Kevin. Äh, dann wird's nicht stehen. So, Kevin, komm mit. Wir legen jetzt hier die Münze ein. Juhu. Hier ist kein Zombie. Lauf nicht zu schnell. Einmal hier rein. Achso, ich kann ja rutschen. Ja, unfassbar. Jetzt brauchen wir die Rot oder nicht? Kevin, ich möchte in dich. Hast du eine Münze aufgesammelt, Chris? Ja. Wir lösen die mal hier ein. Falsche Farbe, falsche Farbe. Bloß nicht. Achso, nein. Helmi, hau ab. Was ist das denn hier im Portal? Ah! Oh mein Gott. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte das Ding eigentlich zur Mitte bringen, aber ich habe irgendwie zwei Granaten auf einmal geworfen. Kann man ja auch Granaten durchs Portal werfen? Äh, nur für ein Teil geht das. Nein. Ansonsten geht's nicht. Also, wenn ich jetzt wohl eine blaue habe, muss ich die hier einlösen. Genau. Wo muss ich denn meine einlösen? Immer noch bei der Kiste da. Wo wir gerade waren? Ja. Okay. Dann gehe ich da jetzt mal hin. Was ist denn das für Tickets, Yvonne? Was ist denn das? Habe ich auch gerade gehabt. Da kannst du so im Souvenir-Shop sozusagen Sachen verkaufen. Oder im Gewinne-Shop bei der Arcade. So, ich gehe zu Polar Peak. Aber ich kann an der Kiste nichts machen. Oh mein Gott, wir müssen gleich unbedingt bei Polar Peak spielen. Was? Er sagt, ich soll was einlösen, aber ich stehe da vorne, da steht Out of Order. Da kann ich keine Münze reinschmeißen. Hä? Was war das denn jetzt? Ne Nuke ist in mir gespawnt. Ne Nuke sieht schon nice aus. Chris, komm nach unten. Ja. Da, 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 da. Ah. Warum lässt ihr mich allein? Was mache ich? Irgendwann, was passiert da jetzt? Ja, wir müssen drei davon einlegen. Und was kommt da dann raus? Da kriegen wir ein Teil. Ah, okay. Oh. Super. 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 Ey, wo ist hier... Ey, wo ist die Kiste? Aber die Zombies finde ich hier nice. Die sehen einfach mal extrem stark aus. Ich bin da wo die Waffen scheiße. Ich habe hier nur Laserdreck. Ich habe eine Axt. Und ich sage, ne, vermöbeln alle. Ey, ich brauche eure Hilfe. Chris, komm mit. Wo bist denn du? Alter. Ich will hier weiter. Du siehst aus wie der von zurück aus der Zukunft. Oh, jetzt habe ich es. Ja, siehst aus wie du. Megfly. Siehst aus wie du. Spende hier mal. Habe ich auch schon gemacht. Nochmal. Nein. Doch. Möchte ich nicht. Ich kaufe nach frei. Ich kaufe nach frei. Ich komme, warte ich auf Kevin. Ne, ich renne extra weg. Und die Karte ist bis jetzt auch nicht so schlecht. Ja, also an sich ist er sogar ziemlich gut. Muss ich sagen. Ist mal was anderes. Nicht mal so dieses düstere, ne? Ja. Viele hassen das aber aus irgendeinem Grund. Das ist so 80er Jahre, die hier alles gehalten sind. Die sind so bunt. Seid mir leid gelaufen. Achso. Ist das hier eine Attraktion? Jo. So, warte mal. Kommen wir nach oben. Kommen wir nach oben. Warte, warte, warte. Kevin, bleib wo du bist. Bleib wo du bist. Wo bist denn du? Warte, Alex. Wenn du jetzt wegläufst, dann bin ich verloren. Kevin, du solltest da oben bleiben. Ach, ey. Hä, warum denn? Alex. Wir fahren jetzt geistert. Aber komm, Chris. Ich glaube, wir können nur zu zweit hier rein, oder? Ich bin drin. Wie cool ist das denn? Kevin, komm auch mal rein. Kevin. Was ist denn denn? Du siehst uns doch. Ne, ist doch doof. Wartet, 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 wartet. Ah. Ist das einfach nur ein Joke? Ne, wir können jetzt Ziele abschließen und so Tickets verdienen. Man. Also, wir haben hier gleich einen Counter. Mal gucken, wer mehr hat. Ist das wie so ein E-Stack, oder was? Ja, so eine Art Minispiel. So, wer mehr Ziele trifft. Mit der M1, ey. Hast unendliche Munition, aber. Mit der M1 Garant. Ich hab schon drei. Komm, 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 komm. Geh hoch. Und die Clowns müssen wir auch abschießen. Ich muss ja weg. Hilfe. Zu viele Zombies. Oh mein Gott, ist knapp. Ey. Oh je, ich glaube hier ist ein bisschen eng. Nein. Kommen Sie gut zurecht da hinten. Kevin. Ne, ne, ne. Ich bin noch am Leben. Kommen Sie gut zurecht. Ne, ne, ne. Ich bin ganz gruselig. Ey. Ah. Nein. Wir sind noch vorbeigefahren. Scheiße. Ich hab ne Münze, aber hier liegt noch eine. Ich kann keine mehr aufsammeln, Alex. Welche Farbe hast du? Also ich hab jetzt ne blaue, aber eins liegt wie gesagt noch da. Bring die blaue dahin, wo wir die eben hingebracht haben am besten. Wer flirten von uns beiden? Ich? Mit 16. Wie viel hab ich? Neun. Das steht hier unten auch. Oh. Ich seh das nirgendwo. Guck doch unten. Ah, da. Kloppo ey. Oh mein Gott, laser. Komm, wie scheiße du eigentlich bist. Ich hab 19, du 10. Mann, ich hab hier keine Muni mehr, man. Aber irgendwie kippen die Dinger nicht um. Ja, hätte ich das auch gesagt. Muss auch das Ziel davon treffen. Ja. Loser. Ich hab 24, du 10. Kack, Noob. Joa, wie du fährst, du machst den ganzen Tag hier auch nix anderes. Das ist wohl richtig. So, ich muss mal schauen, ob ich jetzt den Weg zurück finde, wo ich das einlösen kann. Obwohl, ihr könnt, die Münze ist mittlerweile weg. Oh. Aber du kannst mir ja den Weg nochmal zeigen, Alex. Ja, muss ich ja wohl. Hast du ne Sonnenbrille dabei? Ja. Chris muss uns Deckung geben. Ich weiß zwar nicht, wofür ich den Scheiß brauche, aber naja. Was liegt denn hier? Eine Sonnenbrille. Ey, ich soll dir den Weg zeigen und du kommst nicht mal mit. Wo bist denn du? Kloppo ey. Hier muss das Ding zum... Wo bist du, Mann? Ey, ich steh hier vor dir gerade. Ich bin doch... Hallo. Lauf, 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 lauf. Mach hier einen auf, hier einen aufmachen. Hier. Wo? Wo? Lauf. Chris, wo bist du? Hinter dir. Alter, er kennt mir dann so viele Punkte, der muss unbedingt jetzt alles aufkaufen. Lauf weiter. Schieß auf seinen Kopf, wenn dann. Ich hab noch Granaten. Hinter euch, hinter euch. Lauf. Lauf einfach. Hilfe. Kopf auf, schnell. Immer ich. Komm nochmal auf. Kaufe! Wo? Hier? Ja. Ich brauch unbedingt ne Waffe. Ich hab auch nur noch so ne komische MP. Fuck, ich hab noch Pistole. Gib mir Deckung. Kommt doch mit. Warum bleibt ihr da? Ah! Hilfe! Kann man ihn töten? Ja, auf den Kopf schießen. Bis dann die Maske absetzt. Oh Gott. Jetzt richtig raufballern. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hinter uns sind noch irgendwie zornmäßig. Oh mein Gott. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab auch keine Muni. Ich hab echt nur noch Pistole gerade. Ich auch. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Knüppelrot. Ich bin in der Mitte. Wo soll ich denn Munition herkriegen jetzt? Kiste oder an der Wand eigentlich? Lass mich überleben! Ah, Hilfe. Warte mal, hier gab es zur Not eine. Oh mein Gott. Wasserpistole. Ist der schon tot? Nein, Kevin lebt immer noch. Oh, er ist direkt vor mir. Ich hab gar keinen Schuss. Nicht einen einzigen. Der nennt schon wieder den Helm auf. Achtung. Schützt euch vom Laserstrahl. Der kann euch sofort weghauen. So hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Soll ich mir auch noch was für ein anderer kaufen lieber? Ja, wäre besser für den Waffen. Ah, der ist hinter mir her. Ahhhh! Ich bin unterwegs. Ey! Was hittet mich hier an? Helft Kevin. Unterwegs. Max? Wo bist du? Komm! Jetzt hat er... Was? Was stand denn gerade hier? Jawohl, er ist down. Doppelpunkte liegen da. Alter, Junge. Max App hätte mal kommen müssen. Das war der Scheiß. Das war leicht knapp, oder? Dann war so ne blaue Münze hast Kevin, kannst du ihn hier einlegen. Welche Runde ist dein Rekord? Ich glaube bei 39 bin ich gestorben. Was ist denn? Ein Teil. Ein Schütz. Wo seid ihr? Ein Schütz? Ja, kann man aufstellen so nicht. Jetzt auch mal Clowns rum. Ich bin neuer Rang. 25. Ich hole mal Juggernaut, okay? Und ich aktiviere den. Ja, zeig mal wo das ist. Folge mir Kevin. Ich habe noch Clowns getötet. Oh. Du Mörder. So, hier ist Juggernaut. Oh mein Gott. Ich hab ne grüne Münze. Sehr gut. Wenn du mich nicht hättest. Chris, brauchst du Jugger? Jo. Dann mach dir nochmal schnell Punkte. 30 brauchst du noch. Ja, 2500. Chris! Mache Punkte! Mach Punkte! Reicht, reicht, reicht. Oh mein Gott. Hier in der Ecke ist es. Oh, oh. Da. Boah, wie viele sind denn das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hör nur, ich hör nur die scheiß Hupen, Achter. Ich hab den In-Game-Sound ausgemacht am Headset. So, wo kommt die grüne Münze hin? Die grüne Münze folgt mir einfach. Ach, du bist da hinten. Hä? Wo bist denn du? Da. Hier aber nicht. Ich hab ganz viel, ich hab ganz viel Blut auf meine Arkt. Die muss ich immer wieder sauber sein. Du siehst anders aus. Hä, wer ist das denn? Hä? Wer bist denn du jetzt? Hä, wer ist das denn? Deine Nacken-Joint. Wieso kann man hier nachts schon? Was soll die Scheiße? Hahaha. Geil. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Flummig, ey. Flummig, ey. Wie ist das überhaupt? Ich kenn ihn nicht. Merkst du immer auch, glaub ich. Oh, ne. So muss ich die Münze reinschmeißen. Ja, ich bin doch auch unterwegs, verdammt. Meine Fresse, beruhige dich mal. Ich bin die Ruhe in Person, merkst du doch. Ich kloppe euch alle um. Ich bin ein neue Fache. Ah! Ich muss mal gucken, ob ich ihn weg zur Kiste selber finde. Oh, die ist nicht mehr One-Shot. Da liegt ein Teil, nimm das mit! Ich hab Sämtex-Kraniten gefunden. Nimm es doch einfach mit! Hä? Ich versteh das gerade nicht. Hab ich's? Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, shit. Ey, wir sind gerade voll in der Klemme. Kann das sein? Komm, da wird die Tür auf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also, ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Lauf einfach um dein Leben. Ich bin tot, ich bin tot. Ich glaub, ich bin tot. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh, ich hab überlebt. Oh mein Gott. Was soll der Mist hier? Ey, das ist doch unnormal, wie viele da sind. Werfen wir ein paar Granaten zwischendurch auch. Das wäre, glaub ich, eine gute Idee. Drauf halten, Chris! Komm weiter, wir können hier oben herlaufen. Oh mein Gott! Ich mach Pack-Up-Punch weiter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, das klingt nicht gut. Alter, wie konnte ich das überleben? Oh mein Gott. Ich mach Pack-Up-Punch weiter, okay? Mach doch, was du willst! Hinter dir! Och! Och, wer ist jetzt down? Ich. Was war das? Meine eigene Granate. Oh mein Gott. Beleb mich, Kevin! Warte, 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 warte. Ach, hier ist er schon aktiv. Oh, ich werde gerade schon wieder belebt. Oh, von der geilen Maus. Warum kann man einfach nachjoinen in einem Match? Och Mann, ey! Bist du schon weg? Ja. Ich brauch nochmal Juggernaut, das war doch hier irgendwo, oder nicht? Ne, das war hier ganz hinten. Dann gehst du wieder down. Die Axt, die bringt mir jetzt nichts mehr. Komm in die Mitte. Ich hab soweit Pack-Up-Punch schon mal frei gemacht. Das heißt, falls ihr 5000 Punkte habt und punchen wollt, dann... Wer ist jetzt eigentlich down? Wahrscheinlich, danke. Die Tante. Jawoll. Oh, wo da keine Muni? So. Vielleicht hab ich meine 5000 zusammen. Äh? Oh, ne. Ich bin down. Ja, sehe ich auch. Geht das, Kevin? Ich komm, klar. Ja, ja. Ja, ich auch, aber... Also anscheinend nicht, aber... Ja. Komm mal hin. Danke. Irgendwie behindert, oder? Wo ist denn Kevin ganz? Ich lauf hier nur weg. Ich will nur überlegen. Ja, wo bist denn du? Ich weiß es nicht. Ich bin hier auf so'n... komischen bunten Quadrat-Dings. Junge, er belebt mir doch wieder. Oh mein Gott, wo bist du denn ganz hingelaufen? Ja, weg. Ich glaub, ich bin jetzt im Arsch. Ja, das war's. Toll gemacht. Toll gemacht, Kevin. Ich bin eben jenseitig. Ey, ich konnte nicht, Alter. Beim besten Willen nicht. Ich laufe nur mit der scheiß Pistole. Hä? Ich kann nicht rumlaufen. Du kannst jetzt da Punkte dir verdienen und dann kannst du in der Runde wiederkommen und du kannst deine Waffen wieder kaufen für 2000 Punkte. Woll ich's machen. Ach so. Mach einfach Punkte irgendwie. Äh. Ich hab verkackt. Ich hab nix gekriegt. Ich lebe wieder, aber... Oh mein Gott, Alter. Ich hab da irgendwas mit... Ja, geh da ganz schnell hin. Geh da ganz schnell hin. Geh da ganz schnell hin. Dann kannst du für 2000 Punkte deine Waffen kaufen. Oder was hattest du dabei gehabt? Eine Axt und diese End... Ey. Ich bin ja in so'n Spielraum. Dann geh einfach zur Arkad-Halle. Dann brauchst du's nicht unbedingt. Ich... Ich möchte mir... Ich möchte zu der Kiste. Wo ist denn die? Gute Frage. Ach da. Kannst du mir den Weg zeigen eben? Wo ist denn die? Ach da hinten. Da! Aber du musst mich schützen, weil ich hab nur ne Pistole jetzt. Dann müssen wir uns einfach eilen, du. Ja. Da ist sonst noch ne NV4 an der Wand. Nun die doch einfach. Nee, ich möchte an die Kiste. Dann kannst du immer noch an die Kiste gehen danach. Ich möchte dann... Ja, wo ist die NV4? Hier an der Wand. Hier. Okay, die nehm ich erstmal mit, ne? Und jetzt gehen wir zur Kiste. Oh mein Gott! Autoscooter! Ich kaufe hier einfach nur alle Wege auf, damit ich weglaufen kann, ey. Hier ist der Dancefloor! Warte, ich werfe Granate. Ey, das ist aber pures Labyrinth für mich, ey. Ohne Scheiß. Woher, Alex? Ach, du willst noch zur Kiste, stimmt ja. Das ist Anfang der Runde. Ja, ich will mich ver... Ah! Ich aktiviere aber die Falle, okay? Down! So, hier, Disco-Kugelfall. Was? Ja, ich habe keinen Juggernaut! Ey, gehen doch alle zur Falle, ihr Scheiß-Zombies, Mann! Alex, ich liege hier. Kannst du dich bitte wieder beleben? Ja, ich bin dabei. Hier, der ist ein Zombie, ne? Ah! Ich renne! Okay, woher muss ich jetzt? Also, Falle... Äh, nee, Pack-Up-Handschen, ey. Wie heißt das? Kiste ist hier drin. Ich habe eine Lela an der Münze vor mir, kannst du aber nicht aufnehmen. Ja, ich kann da nichts machen! Ich kann nicht an einem Zombie vorbeirennen! Was rennst du doch da ganz alleine raus? Ja, du bist weg gewesen auf einmal. Ja, ich bin einfach im Raum drin geblieben und du bist weggelaufen. Achso, ich dachte... Kevin, ich brauche denn Hilfe! Kannst du mich wieder beleben? Versuch's! Alter, Alex! Ich weiß doch nicht, wie ich zu dir komme, Mann! Das ist wirklich rein in das Labyrinth! Alex, du hast noch 10 Sekunden! Oh, fuck! Alex! Geh nicht von mir! Oh, Gott! Was?! Ich habe versenkte Haut dabei, die gehen eigentlich alle in Flammen auf, sobald die mich berühren! Alex, du bist dauernd wegen mir! What the fuck? Ich dachte, das Ding bringt auch was, aber nein, das ist nur Deko anscheinend! Deko-Flammen! Kevin! Alter, wie komme ich denn zu euch? Nein! Überleb einfach! Überleb einfach! Du hast nur eine Mission und das ist jetzt überleben! Wir kommen gleich zurück! Kein Problem, Junge! Ich bin mal gespannt, ob das hier ist! Jetzt weiß ich auch, warum ich gerade die ganze Zeit verkackt habe, das Ziel zu treffen, weil du schießt mit Bällen! Nee, nee, das ist, nee, was wir da hatten, war direkt quasi! So! Hallo, Chris! Hallo, Chris! Hallo! Hi! Was wollte ich spielen? Was macht das hier? Ihr könnt mir gar nicht zugucken, das ist aber nicht schön! Können wir schon! Wir müssen uns gerade unsere Punkte verdienen, dass wir wieder zurückkommen können! Aber ich will hier nicht drin sein! Es ist so schlimm hier! Hä? Achso! Runden anfangen! Okay! Ey, die haben es geschafft! Lohnt sich, glaube ich, gar nicht, meine Waffe zu holen! Wo ist die Kiste? Immer noch! Da, wo sie eben war! Komm mit! Ja! Ja, wenn, gib mir Deckung! Oder uns Deckung! Ich stelle hier ein Geschütz hin, ja? Ja, drin, wenn dann! Ach! Achso, dann warte! Warte! Ja, warte! Ja, okay, mach ich! Ich hab ja auch die Zeit! Wohin, 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 wohin? Irgendwo, mir scheißegal! Ach da, ich seh schon, Alex! Ey! Ist das denn ernst hier? Ach, ich dachte, du hast noch den NV4 geholt! Nein, hab ich nicht! Kevin, Hilfe! Ist doch hier ohne Waffe rum! Das ist unfassbar, dieser Mensch! Ey! Aktiviert die Falle, Kevin! Was für eine Falle? Wo denn? Ja, schon gut! Ich hab's gemacht! Ich bin down! Oh mein Gott! Ah! Da ist ne gute Waffe! Das ist ne Schrotlin! Die Bedeckung! Wo bist du denn? Oh mein Gott! Da ist ein großer! Lauf! Lauf! Ah! Ist direkt vor mir! Komm, steh auf! Steh auf! Oh mein Gott! Wow! Wir haben's geschafft! Hab ich jetzt einen Granatwerfer? Ich bin komplett rot! Ich hab einen Granatwerfer jetzt! Das kann doch nicht sein, oder? Hol dir ne Wandwaffe! Hol dir ne Wandwaffe! Hol dir ne Wandwaffe! Das ist mir scheißegal! Oh mein Gott! Dass die immer von oben runterspringen, ey! Chris, der Strahl kann uns instant töten! Ehrlich? Mh! Dafür haben wir keinen Juggernaut gehabt! Oh, da drüben ist noch ne Waffe! Die nehmen wir einfach mal mit, ja! Klassiker! Oh, die Schott ist voll scheiße! Falle, ey! Ich bin ein bisschen überfordert! Ja, glaub ich dir! Bist du immer! Ich brauch ne Waffe! Hol dir eine! Wissen du ganz! Ja, ich weiß es nicht! Oh mein Gott! Oh! Ich hab mich fast selber gekillt! Na easy! Ah! Der Große kommt! Der Große kommt! Lauft! Er macht seinen Strahl! Oh mein Gott! Lauf um dein Leben, Chris! Lauf einfach! Oh mein Gott! Ich spring alle runter! Die Assis! Ich hab ne Pistole! Ich hab ne Pistole! Autoscooter! Da an der Wand! An der Wand jetzt! Wenn du durch gehst, an der Wand! Okay! Ah da! Ne Vector! Oder was auch immer! Nehm die einfach schnell mit! Ach das ist die aus Ghost! Ne? Da ist der Große schon wieder! Ja! Oh Mann! Sie haben das nachlädt! Sie sehen ein Spielfehler mit dem Zombie? Ah ne! Ah! Ah! Ich bin gleich schon wieder! Ich bin im Arsch! Och ne! Chris! Was machst denn du? Ohne Jugga doch ne Scheiße! Wie kannst du trotzdem so schnell down gehen? Selbst ohne Jugga! Der Hilm hilft auch nicht! Das ist damit du dich nicht selbst verletzt! Er kann dich nicht wiederbeleben! Hier ist der Große gerade vor meiner Fresse! Ich probier mal einen Weg zu dir zu finden! Dann helf ich! Er ist grad ziemlich schwierig! Ohne! Ich seh dich! 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 Ich bin bei euch! Ne! Renn weg! Ohne! Schieß ihn ab! Kevin! Oh mein Gott! Werf Granaten drauf! Bringt nichts! Holy Shit! Oh mein Gott! Achtung Chris! Vor den Autoscootern die können dich auch tilten! Ja hab ich mir gedacht! Nein! Wer ist hinter mir? Oh mein Gott! Nein! Hilfe! Unterwegs! Unterwegs! Ich bin bei den Autoscooter und ich bin hinter euch! Ah! Wo bist denn du ganz? Ach da! Super! Der Schwarze ist ja da! Lebt er noch? Jaja! Klar! Kevin ist auf Platz 1! Ich hau jetzt! Drauf halten! Drauf halten! Ja! Ich hab ihn gekillt! Nice! Instakill nice! Oh mein Gott! Jetzt verzieh ich mich erstmal hier! Jetzt verzieh ich mich erstmal hier ey! Lass mich noch mal töten! Weil ich hab kaum Punkte! Jetzt brauch ich noch mal Muni! Wo Chris! Ah! Merkst Ammo! Chris! Das ist Instakill! Nutzt das aus! Ja! Kann ich Messern lieber ne? Theoretisch ja! Aber nicht zu riskant spielen dabei! Kevin! Geh du mal weg von mir! Aber ich hab trotzdem Punkte! Na ich mit dir! Bleib immer nix mal in die Kiste ran ey! Ich brauch ne Spezialwaffe am besten! Ey das Nachladen ist so langsam! So! Oh mein Gott! Wollen wir nicht mal eine Runde hier irgendwie einen am Leben lassen? Damit wir mal noch ein paar Perks sammeln können? Ja! Wäre ziemlich nice! Oh mein Gott! Ich bin mitten in Zombies! Oh mein Gott! Dann töte sie! Chris! Komm 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 hier rein! Und pack auf dem Scooter auf! Da von vorne komm auch! Ach hier hab ich noch was vergessen! Ich war zum Scooter! Blöck! Ich hab's zu sehen! Oh mein Gott ey! Ich hol mal Quick Revive lieber! Ganz im Spawn zurück! Man kann's nicht mal die Crawler im Eliminator kaputt schießen! Chris! Warum bist du schon wieder down? Halt dein Maul! Du siehst so aus wie so ein Down! Hier bist du eh nur auf dem Boden! Versteh ich nicht Chris! Ja das ist das siebte Mal! Ganz im Glück hast du den Helm auf! Das tut mir nämlich dann nicht so weh wenn ich falle! Ich glaub ich muss echt mal Waffen punchen hier! Die vorrecken ja kaum noch! Du hast 15.000 Punkte punch unbedingt! Na du musst mir aber doch mal zeigen wo punchen ist! Ich bin ja in der Mitte da kannst du punchen! Ich muss ja erstmal die ganzen Zombies killen! Wäre stark von Vorteil! Jawoll! Oh mein Gott sind die noch viele man! Ja Chris warum hilfst du uns nicht? Du kannst eigentlich die Punkte jetzt verdienen und dann zurückkommen! Ja du kannst ja echt Punkte verdienen und dann mitten in der Runde zurückkommen! Jetzt ohne Scheiß! So weg mit euch! Oh man alter! Vielleicht kann ich den Muni mehr verdienen! Oh jawoll! Unendlich Munition! Du kannst so oft reinhauen wie du willst Chris! Ne Kevin! Da sind eigentlich schon fast alle Zombies weg! Wollen wir die am Leben lassen jetzt? Die hier noch sind? So alles bei mir! Ist einer! Hast du noch einen? Ich hab zwei Stück hier! Ok dann kill ich meinen! Nur nur einen dann! Ich hab hier zwei auf jeden Fall! Eine Eikarte killen! Und dann können wir ja mal Perks sammeln! Dann heizen circa drei! Bei mir ist keiner mehr! Ich komm mal zu dir! Wenn ich einen Weg finde! Nein hier ist ein Portal! Da können wir beide rein! Dann punchen wir beide! Ich hab meine Waffen wieder verdient! Komm hier rein! Wie kann ich denn jetzt? Kann da wieder! Ich hab mich selbst überbelebt! Ich hab jetzt nur die Wolk! Aber besser als sie auch nicht! Ja! Ich punch jetzt auch nur die NV4! Leute! Ich bin auch noch da! Ja leider! Das ist aber hier kein Geld! Doch! Hab ich zwei, acht! Oh! Ich hab doch noch eine andere! Warte! Ich punch die auch noch! Ich weiß nicht was ich mache! Kurz überlegen! Was nehme ich denn? Ich glaube ich ist ein M1 Schickkaufer! Hast du eine gute Idee? Du hast was geholt? Ne M1! So! Bist du schon abgehauen? Megascheiße die Waffe! Ja! Also ja ich bin schon abgehauen! M1 ist richtig kacke! Ist ja ohne Start! Sag mal doch mal ein paar Perks! Jugger hast du! Ja Jugger hab ich! Ähm... Speedcola? Wo bist du? Warte! Ich seh Chris! Ach dahin tust du! Speedcola wär ganz nice! Und äh... Double Tap! Und dann bring ich dich gleich hin! Oh mein Gott! Soll ich ihn töten? Nein! Nein! Bloß nicht! Ich schieß ihn mal an! Bist du dumm? Was machst du alter? Lauf schneller! Ey wo bleibt das Teil? Ach da ist es doch! Ich habe übrigens noch eine blaue Münze! Ja perfekt! Dann kannst du die... Aber wir haben ja eh schon die Teile soweit! Boah ich brauche nur gleich einen großen am besten! Um halt weiterzumachen mit den Schritten! Zeig mir jetzt die Perks! So welches willst du haben zuerst? Speedcola oder Double Tap auf jeden Fall! Okay dann! Gehen wir hier lang! Können wir direkt beides holen! Komm mit mir! Ich führe euch! Komm mit mir ins Abenteuerland! Auf eine lange Reise! Oh nein! Das tut so weh! Ich weine! Ich weine einfach nur! War das so emotional?! Ja! Mir ist gerade mein... Mittagessen wieder hochgekommen! So ein bisschen! Vielleicht kann ich gar nicht mehr vollziehen! So! Ach ja! Quickies ist hier oben! Was? Quickies? Ja so heißt es jetzt! Speedcola nur irgendwie besser! So! Das ist hier! Jetzt Double Tap! Okay! Achtung! Da kommt ein Zombie! Dann gehen wir hier entlang! Kevin du hast eh genug Geld! Also kannst du hier freikaufen! Dann geht's hier entlang! Weh! Das kostet jetzt 4000 Alter! Das kostet nur 2000! Okay! Das sieht ja geil aus mit dem Wasser! Wasser ist ekelhaft! So! Okay! Dann machen wir das demnächst nochmal! Aber das sollte jetzt erstmal reichen! Auf jeden Fall! Let's go! Dann können wir den Zombie töten! Weee! Achso! Du kannst dich damit wegschießen lassen! Ja! Wie komm ich hier weg? Stell dir auf das Wasser drauf! Ich muss eigentlich echt nur warten, dass der Große hier mal ankommt! Wuuuh! Ooooooh! Da ist sicher schön! Hier auf dem muss ich stehen wo ich stehe! Jetzt spielt dann die die ganze Zeit rum! Da kommen Zombies! Du bist dann nur lang gelaufen Alter! Ey ich habe mich rüberhauen lassen sozusagen! Mein Gott! Eine Rutsche! Oha! Alter! Oh mein Gott! Eine Rutsche! Wie gruselig! Ich bin hier aufs Rocken Alter! Oh mein Gott! Eine Rutsche! Hast du das gehört? Heftiger Shit! Ey ich bin gleich wieder am Arsch! Nummer so! Ich bin in der Falle gelaufen! Oh! Aktivier einfach mal eine Falle! Gab sie irgendwie schnell ziehen? Ne! Das ist bei Quickies mit dabei! Ich bin down! Und du bist voll in die Falle reingelaufen und stehen geblieben! Das kommt mir nicht nach schnell ziehen vor was ich hier habe! Wer hat denn die aktiviert? Die aktiviert sich automatisch! Kevin ich brauche deine Hilfe! Ey das ist doch scheiße! Mann wie komme ich denn zu euch Alter! Durch die Mitte am besten! Mitte ist gut! Hier sind überall Zombies! Ja ja hier sind auch überall Zombies! Du musst die Unfähigen hier wiederbeleben! Wer meinst du? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Holy Shit! Weißt du dann wieder ein großer oder was? Ne! Ich war knüppelrot gerade! Ich habe ihn noch wiederbelebt! Mit Plasmagranaten! Ich bin schon wieder down! Och ey! Chris! Versuchst du überhaupt zu überleben? Ja! Aber ein Eliminator hat mich gefehlt! Ohhhh! Es tut so weh! Hast du nicht irgendeine gepanschte Waffe? Hast du überhaupt Skill? Gott! Warum hast du keine gepanschten Waffen? Kein Skill! Keine gepanschten Waffen! Nichts hat der Junge! Meine Fresse! Wie viele sind denn das hier noch? Chris! Geh nicht! So hoch! Überleben bitte! Ja! Ich habe kein Geld! Keine scheiß Waffen! Das ist wieder so eine Wunde! Wo man einfach nur so einen Schlepphoden isst! Chris! Kauf dir Juggernaut! Ich kann ja hier gar nichts machen! Ich renne einfach nur! Chris! Überlebe! Ich komme mir vor wer noch nicht Usain Bolt Simulator ist! Ist er doch auch! So jetzt! Emmo bitte! Mach Punkte! Emmo kommt hier so selten! Merke ich schon ey! Chris! Was hast du für eine Waffe? Wir haben eine Vektor! Eine Vektor! Ja ja man kann man Punkte machen! Was soll ich mit meiner blauen Minze machen? Ja an sich haben wir schon die Teile! Kannst du irgendwo einlegen! Achso! Was ist denn Kartendeck auffüllen? Da kannst du quasi deine Gabelgams auffüllen! Ich bin schon! Ne! Ne! Wir sind sicher dass du wirklich versucht zu überleben! Oh Gott sind da viele! Ich habe mir gerade den Automaten durchgelesen! Wer macht denn sowas in der Runde? Wo war? Das war eine Falle! Alex lass Chris abhaken hier! Das wird noch schnell mit dem! Ja! Nichts kann der Junge ey! Er braucht so lange bis er mal einen Termin findet wo er aufnehmen kann! Und dann so eine Scheiße! Wir spielen eigentlich nur zu zweit gerade! Ja und zu viert vorhin! Einmal kurz! Aus irgendeinem Grund! Ich bin schon wieder im Arsch! Ich bin die ganze Zeit nur in dieser Spielhalle! Ja mittlerweile kannst du jedes Spiel auswendig glaube ich! Du kannst ja so ein Tutorial zu machen wie man am besten am schnellsten die Sachen abschließt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Geh doch da! Oh mein Gott! Also jetzt Max Elmo wäre ganz freundlich! Ja ich habe auch kommende Munition! 10.000 Punkte! Ich will mal an die Kiste nochmal rangehen! Ich habe keine Muni mehr! Gar keine! Null! Äh renn in die Mitte am besten! Ich... Ja! Geh einfach Pack-Up-Handschraum! Dann bist du immerhin für 30 Sekunden! Das finde ich doch nicht! Was kannst denn du eigentlich? Aber warte das war doch der Teleporterraum ja? Ja! So ran hier! Aber da kriege ich doch keine Muni beim zweiten Mal punchen! Nein! Du sollst ja auch nicht punchen! Du sollst nur erstmal überleben! Achso! Ja gut! Ich bin jetzt drin! Pflege automatisch raus! Ah 30 Sekunden! Hier ist ein Timer! Ich sehe schon! So ich versuche mal zu dir zu kommen und zu punchen! Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ist mir langweilig! Ja Chris! Zum Glück nimmst du nicht auf! Das ist ja interessant für deine Zuschauer! Dann kannst du dich die Spielhalle angucken! Chris! Da ist ein Fernseher beim Ausgang! Da kannst du rangehen! Und jetzt los! Goodbye! Ach du bist wieder rausgekommen! Bin wieder da! Ich wollte gerade punchen gehen! Natürlich die Roten Muni! Oh mein Gott! Ich habe mich ja selber wiederbelebt! Oh mein Gott! Ich spawn direkt in der Horde Zombies! Er hilft mir an Luft! Ohohohohoho! Das ist ja weh! Alex hier rennen wir da viele Zombies hinterher! Alex hier ich komme ich komme ich bring was mit! Was denn? Ich bringe Zombies mit! Och ey! Ich habe zu Glück mit einem G! Ah sei jetzt! Aber das muss noch gepuncht werden! Dixi weg! Ich will schon wieder down! Ich muss nur auf hinter mir achten! Warum hast du keinen Zuckernaut? Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oh mein Gott! So Chris wo bist du? Hinter dir! Hinter dir! Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Wo muss ich lang? Oh mein Gott! Lauf! 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 Sie waren ganz dabei! dei dirend to тот! Komm Mal irgendwie bekannt vor! Das ist die Kriegs ganz trauri! Alex sind wir gerade an einer Volk vorbeigelaufen? Da kann ich doch Muni holen! Ohne! So ja da ist die Volk ja! Aus da was! A na na na! Die hat aber Meeres! Oh mein Gott. Ja komm wir laufen einfach. Geh ihn doch. Wir laufen einfach. Achtung wegen Autoscooter hier. Also dann bring ich dich mal zu Volk. Muss ich unbedingt mal punchen ey. Das MG gepuncht ist schon nice. Hier habe ich auch einen. Die da habe ich auch. Ja perfekt. Nice. So. So ansonsten die Volk. Kannst du hier noch holen. Lass jetzt erstmal hier Zombies killen. Okay. Wo warte wo wo wo. Hä. Ich dachte du folgst mir. Ja ja. Och Leute wollt ihr mich jetzt eigentlich völlig verarschen. Was denn. Mir ist langweilig. Hör auf zu sterben. Was machst du gerade Chris. Guckst du uns zu. Ja. Und ist es spannend. Na lass mal die Runde fertig machen jetzt ja. Ja ich will nur kurz punchen gehen beziehungsweise kannst du die Runde schon mal beenden. Irgendwie war ich gerade müde. Ja. Das ist von Vorteil besser wenn du überlebst. Dann ist ja auch nicht langweilig. Diese Menschen gerne verbrennen. Ich weiß gar nicht wovon du redest. Ich nehme wieder. So jetzt könnt ihr alle mit tippen. Wie lange überlebt Chris. Ich kann mir nicht mal zu meinen Waffen zurückkommen. 10 Sekunden. NV4 in der Arcadehalle. Ich habe mir eine Todesstrafe gekauft. Oh. Wenn du jetzt verreckst in der Clownrunde dann bist du echt schlecht. Juhu. Die Banshee. Was ist das? Die gut? Nein. Die ist scheiße. Die habe ich immer gekauft. Ja. Passt zu dir. Scheiß Waffe für eine scheiß Person. Oh. Keiner lacht. Doch. Alle Menschen auf der Welt. Kevin ist nur konzentriert. Die Banshee ist richtig scheiße. Ich habe noch keinen einzigen Tod. Oh. Ich habe nur einen weil ich Chris wiederbeleben wollte. Ja 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 ja. Der treibt dann echt ins Verderben. Der Mongoi. Oh mein Gott. Was wenn ich Muni kaufen will kostet das 4.500? Ja weil die gepanscht ist. Die Waffe. Warte aber ab. Du hast gleich E-Mex. Ja stimmt. Wenn du mich nicht mehr töten lässt. Dann kriege ich ein paar Punkte. Aber so weit denkst du auch wieder nicht. Ja. Dann kill die. Los. Wo bist du ganz Chris? Hinter dir. Da kommen noch welche. Ja. Viele Killer Clowns. Da hast du viel zu viel Zeit. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Vielleicht bin ich ja tot. Okay. Ich lock dir alle mit zu dir. Du hast genug. Die schießt so langsam. Weißt du wie leider die Kacke schießt? Oh mein Gott. Ich hab doch selbst eine scheiß Waffe. Chris, nächstes Mal nehmen wir einen Chimpanse mit ins Team. Wir setzen am nächsten Mal eine Kartoffel vor dem Controller. Das ist besser. So weg mit denen. Ich weiß gar nicht was du für Probleme hast. So einfach. Max Ammo. So. Jetzt werde ich eh wieder verrecken. Ich hoffe wir kommen gleich mal dieser scheiß Butos an. Boah Bretis. Boah ein bisschen laut bei mir. Ja rennt einfach weg von mir. Insta. Uh. Chris. Komm Chris jetzt mach Dings hier jetzt mach du. Alex danke. Ich hab nur einen weggau und da sind noch genug Zombies. Du rennst auch von den ganzen Zombies grad weg? Ich rennst du denn hin oder nicht? Du musst sie auch schlagen. Oh ich bin gleich tot. Oh ey das ist so doof. Kevin bitte komm schnell her. Ja. Ich bin in eine Zombie Horde reingerannt. Ja das ist natürlich sehr schlau. Also bin ich doch richtig gelaufen. Bin dahin gelaufen wo nicht so viel Gefahr war. Schütz mich. Ich mach doch. Ich hab Dings. Crick. Achso. Ah egal. Insta geht es übrigens vorbei. Oh. Insta geht es vorbei. Lauf, 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 lauf. Chris läuft wieder alleine und stirbt. Jetzt rennen sie wir wieder alle hinterher. Ja. Ja die folgen dem Geruch. Ja. So weg mit euch. Und hier haben einige gesagt es ist schwerer als das andere Black Ops 3 Zombies. Ja weil du bei dem Teil hier nirgendwo campen kannst. Ich habe hier keine Chance. Du musst dich ständig bewegen. Ja du bist ja auch scheiße. Chris du hattest ne Chance mit Insta aber das hast du ja immer noch versaut. Oh nein. Ihr seid nur an mir am rumhacken. Ja verständlich. Sehr gewohnt. So bitte. Bitte bitte bitte. Steh auf. Ich hab meine Waffe noch. Sehr schön. Wo muss ich jetzt hinrennen? Äh nicht in Zombies rein am besten. Da ist wahrscheinlich noch die Kiste. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ich hab ne Falle aktiviert also. Müsste eigentlich alles hier easy sein. Nein. Warum geht das Portal nicht? Du musst nur vorher aktivieren. Da ist ne Waffe. Da ist ne Titan. Das ist ein MG. Ja ich weiß. The Raw. Die ist gut oder? Alex. Jetzt wird es hart hier glaube ich. Oh jetzt schaggern doch gleich. Dann bin ich zufrieden. Ja der macht Punkte. Die tötet nicht die Waffe. Ist ja aus Runde 19. Ich hab's aktiviert. Da links. Achso. Alex. Die tötet nicht. Komm jetzt einfach ins Portal rein. Jetzt glaube ich in ne Runde. Toll. Er steht direkt neben dem Portal und geht nicht rein. Ich schaffe es. Ich schaff's. Ah ich bin ganz rot. Oh mein Gott ey. Ganz behindert und ganz streng am riechen wüsste auch. Was gibt es noch für Perks, was ich holen kann Alex? Wie viele hast du aktuell? Ich bin down. 8000. Ey ich bin nicht. Nein wie viele Perks hast du? Nein haltet eure Schnauze man. Du kannst nicht verstehe deinen Unmut nicht. Wie viele Perks hast du Kevin? Drei. Doppelfeuer hast du? Oh mein Gott sind hier viele. Doppelfeuer hab ich. Du hast Jagger wahrscheinlich. Doppelfeuer. Jagger noch Speed. Benebe mich wieder. Wozu denn? Stürbst doch eh. Stopp erst 14 Downs. Das ist wie Kevin in der ersten Aufnahme. Nur das Kevin komplett besoffen war. Ja. Ja. Und Chris einfach nur behindert. Und Chris einfach nur behindert. So. Chris? Ich bin schon wieder in der Spielhalle. Oh ich hab nichts mehr mit uns spielen. Ey ich lebe wieder. So nachladen. Alex. Welches Perk noch? Äh ich hab eigentlich auch nur vier. Ich hab noch Crick Revive. Das war's. Achso. Alter dann kack drauf. Ich fühl mich so unwichtig. Ja. Das passt ja. Ich weiß nicht was ich machen soll. Du kannst auch Mühlkick holen. Dass du drei Waffen tragen kannst. Ich lauf einfach mal Alex. Ich lauf einfach mal hier in der Ecke bei mir. What the fuck. Ich lauf... Oh Frank wo kommen die her? Mehr Geld benötigt. Ich lauf einfach hinterher Alex. Weiß eh nicht wie ich sterben werde. Oh ne ich muss die zurück. Wenn du jetzt verkackst alter. Oh alter geil. Was bringt mir das? Ich hab ne Pistole. Ey ich hab ne Pistole. Ach hast du nicht deine Waffen holen können? Nein. Ich habe 800 Punkte. Ich bin hier komplett alleine mit ner Pistole gerade. Und wir rennen ganz viel bis hinterher. Dachtest du bis hinterher? Nein. Großer 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 großer. Großer großer großer. Lauf 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 lauf. Geht zum Kepler System. Falsche Richtung. Oh das sind zwei. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Und die Munition einfach haben wir nicht mehr. Scheiße. Ey ich hab nur noch ganz wenig Muni. Versuch die Falle zu locken. Vielleicht klappt das ja. Komm her großer großer. Da kommt doch einer. Ich bin in der Falle gelaufen. Genau auf mich zu ey. Ich bin in den Autoscootern. Oh fuck. Oh fuck. Ich glaube ich bin in der Falle gelaufen. Ah. Ey ich lauf hier nur im Kreis und kann nichts machen. Überlegst du mal hin. Ich werde nicht von Crawlern gekillt. Was? Ich bin down. Ich kann nicht schicken. Ich hab keine Munition. Ja hol dir ne Waffe. Ich habe 800 Punkte. Dann mach mehr Punkte. Dann mach mehr Punkte. Während Instacill ist und so ein Kram. Oh mein Gott. Guck mal. Zwischen uns ist ne Absperrung. Ich kann dich leider nicht heilen. Du mein Dixer. Ja. Chris. Du bist rot. Stehen wir bitte auf. Wo ist jetzt der Große hin? Ich weiß es nicht. Also. Einer war eben bei mir. Ja. Bei mir ist der andere. Ich muss hier ne Falle reinlocken. Oh mein Gott. Komm. Geh zu. Falle. Hilfe. Kauf aus Kopf. Holy Shit. Leute wie langweilig. Hilfe Alex. Oh mein Gott. Wo soll ich jetzt lang? Ich lauf hier lang. Ich hab nur noch 4 Schuss man. Oh mein Gott. Stirb bitte. Eine AK-Talle hast du sonst noch? Bitte stirb. Ich guck jetzt Kevin zu. Stirb. Nein. Alex. Kevin. Max Ammo. Oh du kannst in die AK-Talle gehen. Zu den. Souvenirdingern. Dann kannst du Max Ammo holen. Für eine Waffe. Nein kannst du nicht. Oh jetzt ist er vor mir. Digga nein. Oh er macht den Laser. Geil. Oh mein Gott. Oh fuck. 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 Alex du bist witzig. Oh mein Gott. Oh mein Gott ey. Komm schon, geh doch down. Was ist denn dein scheiß Problem? Hä? Wo ist da hin? Du hast ihn getötet. Hä? Wir müssen einfach mal weg, da liegt keine Leiche oder sonst was. Na dann. Was ist denn Bio-Stacheln? So eine Art Wurfmesser, die halt explodieren. Wo haben wir denn hier unsere komische Belohnungsdinger? Ich glaube da hinten war es irgendwo. Den sammle ich gleich mal ein paar Seelen. Alter, wie viel die jetzt schlucken ey. Ach, ich habe eh Mule-Kick. Ich kann noch eine dritte Waffe holen eigentlich. Muss ich mal gleich dran denken. Chris? Chris? Hallo? Ja? Wie ist es? In der Halle. Du kannst dich eigentlich selbst wieder überleben, wie schon gesagt. Du hast jetzt 1600 Punkte. Kannst davon auf jeden Fall schon eine NV4 holen. Wo ist das UFO? Ich guck dir gerade zu. Wo ist das UFO? Guck ich Kevin zu. Ist das die neue AK? Oh. Schlussverkauf. Chris, geh an die Kiste. Wie finde ich jetzt die Kiste? Wo waren die nochmal? Da sind ganz viele. Die Strahlen, die kleine Strahlen. Hey, wo ist das UFO? Ich höre es auf jeden Fall. Ah. Muss man was abschießen oder was? Ne, ich muss da unter Seelen. Wo ist die Kiste? Alle Kisten sind zu weit weg für mich. Ein doch nicht, da ist eine. Ich habe auch keine gekriegt. Ich habe eine. Aber eine 21. Ich gehe an die Kiste und es hört auf. Das ist ärgerlich. Ich habe die Roar rausbekommen. Jetzt bin ich hier wieder Fischfutter auf der Karte. Ich habe zwei MGs jetzt. Wie immer. Ja, ich renne jetzt hier wieder mit der Pistole durch die Gang. Warum? Astro-Akart bin ich. Da ist eine AK-NV, das weiß ich noch. Guck mal hier rein. Ich punch jetzt auch mein neues MG. Ach Leute, das ist doch scheiße. Überlebt doch einfach länger. Ey. Killed Zombies, macht Wurzel. Wurdest du schon mal vergewaltigt in dein Leben? Nein. Aber ich habe mit dir Kontakt, das ist deutlich schlimmer. Das stimmt. Alex, wie geht es dir so? Mir geht es sehr gut. Krass, was machst du eigentlich? Zombies töten mit der Granate. Also ich muss ehrlich mal sagen, Kevin hat sich deutlich gesteigert zu Black Ops 3. Vielen Dank für die Blumen. Der ist ja doch lernfähig. Alex, hinter dir kommen ganz viele Zombies jetzt wegen mir. Mach mal direkt diesen High-Round oder was? Ja, natürlich. Neuer Weltrekord. Oh, wie die schlucken. Wo ist denn das Drecks-Ufo schon wieder, ich muss Munition holen. Alex, ich habe 1.000 Punkte, ich brauche Juggerknock, dann verdiene ich mehr Punkte Du musst, bleib jetzt doch mal bei mir, der rennt einfach weg Ja, ich brauche Munition, du willst mich gar nicht mehr an deiner Seite, aber wieso kann man eigentlich nicht mehr zweimal punchen Das geht erst nach dem Easter Egg Achso, leider So, mach Punkte Chris, ich bin halt tot fast Ich bin Knüppelrot Mano, Alter, das mit der Muni ist echt extrem, Alter Ja, du kriegst halt so Z-Max immer hier Oh mein Gott Ufo, ja Ufo Was für ein Ufo, Alter Guckst du mal die Videos nicht, was soll der Scheiß Nö Zumindest keine Stunde lang Zombie-Videos Sind die ein paar Minuten lang Ich wollte noch 500 Punkte, dann kann ich mir Juggerknock holen Drück mir doch die Daumen Ach, du lebst noch? Ja Heftig, oh shit, Alter Ich glaube nicht mehr lange Komm schon Mann, wie viele denn noch? Das kann... Jetzt bleib ich an deiner Kunde hängen! Chris, warum hast du nicht einfach Juggerna geholt? Du hast doch genug Punkte Oh mein Gott, Alter Belebe mich jetzt wieder! Oh mein Gott, sind hier viele Ey, komm zu mir Ja, ich bin noch unterwegs, Mann Geh nach ganz außen Ganz nach außen Oh mein Gott Geh nach ganz außen, hab ich gesagt Okay, machst du automatisch So, Achtung, das Ding ist aktiv Nicht da reinrennen Das muss man dir ja nochmal extra sagen, wahrscheinlich Wo ist Juggerknock? Ich rauf jetzt einfach hinterher Ja, okay Uh Wo Munition, Alex? Was denn jetzt? Was brauchst du eher? Juggerknock oder Munition? Wenn du willst, dass ich mit euch länger überlebe Juggerknock Winter, den brauchst du hier nicht umdrehen Alter Den Weg da durch Geh doch weiter Ich will sie jetzt nur weghalten von dir Was irgendwie gerade ziemlich schwierig ist Was bin ich denn? Da in der Ecke! Oh mein Gott, was kannst du eigentlich? Wo ist Juggerknock? Und wieder keine Muni mehr Alter Wo ist Juggerknock? Meine Fresse, bei dem dicken, fetten Kreuz Oh Oh mein Gott Was kannst du eigentlich? Wie kann man bloß so unfähig sein? Kann ein Mensch bloß so wenig drauf haben Eine Waffe, was ein großes Magazin hat irgendwie Du sagst mir das nicht richtig Ich bin enttäuscht von dir Hier, bei dem dicken, fetten Kreuz Ah, da ist Juggerknock Ich hab Juggerknock, ihr habt mich jetzt wieder in der Backe Freut ihr euch? Wer weiß für wie lange Ich hab, ja, das Ding ist, ich hab keine gute Waffe Und ich bin gleich schon wieder down Ich bin schon wieder down Ich bin gleich schon wieder down Das kann nicht sein Das ist okay, Tal Ich hab keine Muni mehr schon wieder Oh, da liegt Max Ammo Oh mein Gott Ja! Nimm! Nimm! Ich hab's Danke Du bist mir jetzt ganz hin, Chris Ich lauf weg Weil die Zombies sind Ich hab nur Ich muss ja Die Viecher töten Aber mit einer NV Die nicht gepanscht ist Ist das ziemlich schwer Puh, Alter Was will ich denn gleich weg? Ich mach jetzt eine Spezialwaffe Was nehm ich denn jetzt? Oh ne Das ist mir zu schmal Alter, der Young Dann schauen wir mal Dann gucken wir mal Welche Waffe ist das eigentlich? Facemelter? Ja, nice Ich probier mal Zur Kiste zu kommen Mache das Es sind nicht mehr so viele Ach, Killtum nicht den letzten Ach, Chris Oh egal Die Wolk ist nämlich leicht scheiße, ey Wie komm ich denn zur Kiste, ey? So Runde 22 schon, ey Das ist gut, ne? Das ist gut, ja Lass mich mal in die Kiste, Kevin Das wird doch hier wieder nichts Komm schnell, 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 Mann Teddy, danke! Oh mein Gott, nein Unwichtiger Mensch Warte mal das Teil Scheiße Könnte ich die Kacke nochmal zusammenbauen Chris, was hast du bekommen aus der Kiste? Ich werde gleich hierher zur Kiste Hey, wo war das nochmal? Shit Wo sind die Zombies? Juhu Laufen wir alle hinterher Wo war das Ding? Fuck Ach da Komm, leg hin, leg hin Oh fuck Alter Ey, die Wolk, ich muss die loswerden, Alter Ich bin in der Kiste Ich hab's geschafft alleine Oh mein Gott Das ist ja mal richtig scheiße Oh shit, Mann Jetzt kommen noch Clowns dazu Die ist zumindest präziser Nehm noch mit Oh mein Gott Ich hab die Waffe nicht Was ist das ein blauer Blitz? Jetzt war ich an der Kiste und ich kann die Waffe nicht nehmen Blauer Blitz ist an sich auch ganz nice Was ist das? An sich auch ganz nice Wenn du nachlädst, dann machst du so eine Art Elektroschock um dich herum Das ist wie Electric Cherry, nur halt irgendwie besser Und auch effektiv Was ist denn für ein Huch und Sohn da? Dieser Bam, bam, bam Lass gleich mal einen am Leben Ich möchte an die Kiste Ich hab nur 110 Schuss Nur 110 Keine Granaten mehr Könnt ihr mal bitte einen am Leben lassen? Ich will mal eine andere Wache irgendwie kriegen Wo ist der Ich sehe keinen lilanen Ich helfe dir extra schon so ein bisschen Oh mein Gott, da ganz weit hinten Ich hab jetzt nur noch zwei Magazine Ich lauf hier im Kreis Wie laufen wir jetzt zurück? Kann ich wieder zurücklaufen? Was machst du denn? Du renn doch einfach Mach ich doch Guck, wunderbar Guck hier Wo mein Problem ist Ich weiß nicht, wie ich zur Kiste komme, ey Wo ist die? Hier, bei mir Warum heben denn die Zombies ab? Ich hab eine Spezialwaffe gebaut Bastel-Anus Ja, Fähig-Maker Bastel-Anus Pass auf Alex Halt mir den Rücken frei, ja? Ich geh jetzt Da musst du durchrennen, genau Ich weiß nicht, ich war gerade schon in der Kiste Ich hab gerade schon einmal gekauft, aber Ich meinte, hier durch die Falle musst du durchrennen Nicht stehen bleiben Hier oben sind Zombies Kannst du mal bitte kommen? Ja, Moment Ich konnte nicht direkt hinter dir rein Sonst wäre ich durch die Drecksfalle gestorben Oh, kein Bock drauf Jetzt hab ich keine Munition mehr Scheiße Wo ist denn hier die Kiste? Oh, warum kommen plötzlich so viele? Jetzt hab ich dieselbe Pistole wieder mal vom Staat ausgenommen Jetzt bin ich down Scheiße Oh, fuck, Alter Dich muss ich wieder beleben Wo kamen die auf einmal alle her? Ich war gerade dabei, wisst ihr, so alle abzuschießen Damit ich einen überlassen kann Auf einmal sind da zehn Leute Oh, das ist belastend Aber ich bin zufrieden mit mir Was sag ich denn? Holy shit, das wird knapp Das wird knapp Das wird knapp Wie viele Sekunden? 705 Kills Hoch Oh, danke Einer, der immer in den Killen kann Nicht so wie Chris Die ganzen Zombies sind bei mir Feuerwerk Alex, du musst mich jetzt zu Juggernaut führen Achso, okay Dann komm mit Reaver Ich hab eine Reaver Okay, wir gehen richtig Ich hoffe, du übersiehst das jetzt nicht so wie Chris eben Nein, ich weiß ja, wo es war Bei dem dicken, fetten Kreuz Das hat Chris übersehen Ihr macht euch lustig über mich Nein Ich hab die Reavers, aber auch eine Scheißwaffe, ne? Oh, wobei die geht? So, Double Tap Das ist nicht so wichtig Was ist los, Alex? Ich kenn mit dem Namen hier eh nicht aus, wie die alle heißen Alex, Double Tap Ja, ja, bin unterwegs Ich hab so viele Punkte Ich kann die gar nicht punchen Ich will unbedingt die punchen Ich will unbedingt die punchen Ich hab fast punchen Jaaa Oh Chris, du lebst ja noch Was machst du hier so? Zombies abschlachten So Moin, da geht's Warte, jetzt einer leben lassen Ich geh jetzt nochmal in die Kiste Wir haben eh noch ganz viel Wir leben noch mehr als einer Keine Angst Okay Ich geh nochmal in die Kiste ran Dann geh ich jetzt erstmal Kannst du gerne machen Da kommt bestimmt der scheiß Teddy, ey Krass, wie Wie der die Wege kennt Ja Teddybär, ich sag's doch Ich zock das Game Ich zock eigentlich nur Zombie-Mode, wenn ich Infinite Warfare anhab Du siehst ja, glaube ich, selbst im Playstation-Menü, wie oft Infinite Warfare läuft Ja Ja, ich hab den Multiplayer nicht angerührt So, jetzt nochmal schnell Speedcaller Speedcaller Ah, da sind wir gerade vorbeigelaufen Da Hättest du mal mitdenken können, dass ich das auch brauch Aber warte mal, hier ist die Waffe, ja? Das mach ich nochmal schnell Das war, oh, Rundenende gerade Ich dachte, bei Schuss noch welche Ja, das Krokodil hat den getötet Alles klar Kevin, komm schnell Ja Wo bist du? Ich hab nur noch neun Schuss, komm her Oh, perfekt, jetzt ist Clown-Runde Ja Nein, hier sind Zombie Nein, hier sind noch Zombies Hä? Ich dachte, das wäre jetzt Clown-Runde wegen dieser Anzeige Komm hoch Wo seid denn ihr? Ey, ihr lasst mich wieder allein Bei Quickies Ich hab noch 37 Schuss mit der Waffe Und pro Zombie brauch ich allein schon drei Stück Jo, ich hab's Perfekt 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 Warum bin ich mit XMH, ey? Puh, ja, ich auch Jetzt wird's wieder, jetzt wird's wieder enge Ja, ich hab, ich hab keine Munition mehr Ich hab gar keine mehr Oh mein Gott, ich bin durch die Falle gelaufen Oh mein Gott Ah, was? Nein Oh nein, Alex, nicht dein Ernst Ich bin direkt neben der Falle Ich hab C4, ich hab C4 Oh fuck, fuck, fuck Wie kann ich C4 einsetzen? Alex, ich musste weg, ich hatte nur noch 50 Schuss Nein Scheiße, Mann Fuck it Scheiße Ich wurde ein paar Mal angehittet Öfters als ich gedacht hab Und bin dann durch die Falle durch Mir macht eigentlich kaum Schaden Aber es hat anscheinend ausgereicht Ich will nicht in die Arcade-Halle Chris Mein Gott Oh mein Gott, sind da viele Oh mein Gott, sind da viele Ja Ich hab auch nichts wieder mit dem Ich hab eine Spezialwaffe verloren Oh, sehr nice Chris Ey, ich hab dich Jetzt hilf du mir Oh mein Gott Chris kann ja mal tatsächlich was machen Ja Ich hab mir die AK gekauft Ist die gut? An sich ja Wo bist du ganz? Ich hab die auch Wo bist du, du Chris? Es geht Aber du musst halt wenigstens punchen Sonst siehst du alt aus Wo bist du ganz hin, Chris? Ich lauf wieder zurück Ich lauf den gleichen Weg wieder zurück Wo wir gerade hergekommen sind Schon gut Ich hab C4 Wie cool ist das denn? Ich seh gar nichts mehr gerade Ich schieß einfach nur irgendwie Ey, C4 ist ja Du kannst das C4 hier mit Doppel Ich weiß Mit Doppel-Vierk wieder zünden Das ist sehr gut Oh, unendlich Munition Oh, die ganzen Zombies Oh, nice Oh, die haben es geschafft Die AK zu versauen Die schießt ja Laser Oh, wie jetzt abgeht Da ist ein UFO in der Luft Ich bin bei dir Oh mein Gott Ihr habt ohnehin die Munition Ballert einfach auf Träufer halten, träufer halten Ich hab C4, ich hab C4 Oh, ich lauf hier lang Hier ist besser Was ist denn da? Ach du Muni ist ja weg Oh, fuck So Och mein Alter Jetzt hab ich wieder keine Muni mehr Boah, ich muss unbedingt zu Jaga jetzt Ey, wir haben 23 Runden Wir sind echt gut dabei Ja, ich bin stolz auf uns Hätte ich nicht gedacht Oh, fuck sind da viele Aktiviert mal mehr Fallen am besten Ich bin in der Falle gelaufen Oh Was ist das denn für ein Scheiß Weg gewesen? Komm schnell, bitte Ich hab ne Waffe Ich hab noch nie mal Jaga Ich muss erst zu Jaga rennen Oh mein Gott, hinter dir Lauf, lauf, lauf Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, ich bin Knüppelrot Alter, ich mach Alter, das Pan, ich brauch bessere Waffen, Alter Die Panchen, die knüppeln ja auch nichts mehr weg Naja, das ist halt echt schwierig bei dem Teil hier Für uns Oh mein Gott So, ich brauch unbedingt Jaga Oh mein Gott So, wir können wegrennen Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich renne einfach weg Ich bin, ich bin direkt hinter dir Okay, perfekt Oh mein Gott Oh mein Gott Holy shit Ja Chris, guck zu, so killt man Ich hab auch so gut wie gar nichts mehr Zumindest für die N4 Alex, Vorsicht Ja, alles Alles easy Oh mein Gott, wo krieg Mann, immer dieses scheiße Muni, Alter Das ist doch nicht mehr normal Die schlucken übel Wenn jetzt ein großer kommen würde Dann wären wir richtig am Arsch Ich hab ja eine Wandwaffe, immerhin Was bringt mir eigentlich die Brille? Für so Spezialsachen Wenn wir Spezialwaffen bauen möchten Alles klar Ich glaube, hier kommen wir irgendwo vorbei Wo ich das Muni hier hab So Ich hab noch eine Waffe Wollen wir nicht irgendwo Autoscooter? Nee Wir können in die Richtung nochmal rennen, wenn du willst Ich muss da eh lang Ich bin einig sperrt Nein Oh nein Lauf Gerade so, Alter Holy shit Genau hier runter Oh mein Gott Chris, warum hilfst du uns nicht? Ich schlaf gleich ein Hier kommt nur noch einer Oh mein Gott, hier kommen mehrere Oh mein Gott Ich muss in die Halle rein Ich brauche Munition Achso, dann will ich jetzt falsche laufen Ich laufe einfach in Kreis und komme zu dir So Was ist hier für eine Farbe drin? Und noch grün Hast du eine grüne Münze zufällig? Eine blaue Ah shit Ich hatte eine grüne Ich komm jetzt zu dir Ja, ich bring ein paar Zombies mit Ah, sehr nett Kann ich eh nicht kaufen Scheiße Oh, was? Der lebt ja noch Ah, hier hab ich so ja hingemusst Hier hab ich einmal Muni für eine Wummer Ja, ich komm doch nicht zu dir Okay, perfekt Oder doch Oh, was denn jetzt? Oh, los Lauf Jawohl, jawohl, jawohl Boah Ah, die kommen von hinten Komm von hinten Lauf, 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 lauf Um dein Leben Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, noch einer noch Oh mein Gott Oh, komm, oh das ist gut Oh, fick die weg, bitte Komm schnell durch Ich aktiviere gleich die Falle Oh mein Gott Oh, jetzt sterben die wenigstens Dauert aber auch verdammt lange Oh, Junge, Junge Ich glaube, jetzt verstehst du auch, warum es schwieriger ist, oder? Ja, ja Du kannst halt hier Es gibt keinen einzigen Spot, wo du hocken kannst Oh mein Gott, die kann man noch aufnehmen Du kannst einfach wieder aufnehmen Wie geil ist das denn? Was denn? Facemelter Die Spezialwaffe Na toll, ich habe trotzdem keine Munition dafür Kann ich die auch nehmen? Ich kann, glaube ich, nur eine immer nehmen, oder? Wird über die noch angezeigt? Was denn die? Hier, hier Hä? Hier Geht da noch was? Nein, nein, kann ich nicht Ich versuche jetzt die anderen noch zu machen Oh, jawohl Perfekte Runde Jetzt ist es nur Clowns Runde, oder? Ja, glaube ja Chris, kommst du mit den Clowns zurecht, oder? Clown Reue ich endlich noch Quick Revive, oder kann ich mir das jetzt mittlerweile starren? Es kam sechs Clowns auf mich zu Oh mein Gott, so viele Ey, Chris, Alter Es kam, ich habe den Pisten Ey, willst du mich verarschen? Du hast es doch genug Geld gehabt, um an die Kisten zu gehen, oder? Ja, da kommen die Clowns! Das war irgendwie scheiße, dass du gar nicht so lange überleben willst Chris, ich kann nicht, ich kann nicht, du siehst es selber, ja? Ja Du hast ja mal zu uns gekommen Boah, ich habe eigentlich, ich habe gar keine Munition gleich mehr Ich habe auch null Jetzt bin ich ja am Anfangsraum Obwohl doch, hier mit der M4 noch recht viel Ich kann die Karte auch auswendig Warte, hier, ich kann einen Bereich rein, wo du noch nicht warst Zumindest, wenn ich mir den Raum angucke Da ist irgendwo so ein Fernseher, kannst du eigentlich zugucken Der guckt dir gerade zu Ist das die Wunderwaffe? Nein, das hier ist die Wunderwaffe Und die andere? Die sieht auch so komisch aus Ach, die ist gepuncht, ne? Ihr wisst ja, dass wir jetzt, also beim aktuellen Stand Chris kann ja nur bis 21 Uhr Also viel Zeit für COD4 bleibt jetzt schon mal nicht mehr Und wir haben es geklappt Es geht ja noch eine Weile Aber wir sind echt gut gerade Hätte ich auch nicht gedacht Das Problem ist, die ersten zwei Down-Dinger, die haben mich rausgefickt Ich bin auch zurückgekommen, ich habe mich auch zurückgekämpft Am Anfang hatte ich die meisten Punkte, war alles easy Da musste ich zweimal die ganze Scheiß mal neu kaufen Und ab da war geritzt Bei mir ist jetzt das Problem, dass ich keine Muni mehr habe Aber auch kein Geld finde, um neue Muni zu kaufen Wo bist du? Die gepuncht Waffen, die sehen ja mal richtig geil hier aus Wo bist du ganz? Ja, das war's Wo bist du? Da auch In so'n kleinen, engen Durchgang hier Auf so'ner Metallplattform Das ging ja durch so'n kleinen Gang durch Und bin ich auf so'ner Metallplattform Und so zickzack laufen musst Oh mein Gott Holy shit Oh, ich bin unterwegs Na, sieben Sekunden Ja, krass, jetzt schließe ich mich an Mit dauerhaft Du hast ja 2000 Punkte Du kriegst ja deine Waffen gleich zurück Also, wenn du schnell bist Nein Er war gerade bei dir Kann nicht wahr sein, ey Ja, das ist jetzt Das ist leicht scheiße Belastend Aber ich bin stolz auf mich Ja, guck mal Das war das Ja, ich bin wieder da Mit ner Pistole Äh, was Jackanaut Wo war Jackanaut? Am Start kannst du deine Waffen Theoretisch zurückholen Wo denn? Komm mit, Kevin Komm mit, Kevin Ich zeig' ich dir was, komm Ja, du lauf doch Ach, hier Da hinten, da siehst du das Zeichen Hier, dieses L und F Da Ich kann das nicht Hätt' euch eigentlich ne Waffe geben sollen Ja, jetzt hab' ich meine Waffen wieder Ohne Munition Ja, ich glaube, es ist hier Paarsek-König in dem Kreis Und dann bin ich wieder weg Oh mein Gott, sind hier viele Alex, hast du mal ausprobiert, ob es ein E-Stack ist Wenn man alle Ballons verschießt? Äh, ich glaub, das ist keins Also ich versteck mich Das löst irgendwas aus Irgend anderes Minigame Ich bin beim Punch-Raum Alex, mach da frei, Alter Ja, ich bin da am Arsch Ich bin da davor Mit der Spezialwaffe Chris, geh in den großen Teleporter Da kannst du dich ab und zu ein bisschen verstecken Ich lauf im Kreis Und warte, bis ich sterbe Chris hat richtig Bock Ich bin Motivationskrieg Das ist leider nur in-game so Dass er so drauf ist, dass er sagt Ich lauf im Kreis und warte Bis ich sterbe Das muss halt ein Re-Liver machen Ich kann keinen Zagernat kaufen Ich kann keine Zombies killen Komm hier, jetzt Guckst du mir zu, Chris? Äh, Kevin? Ne, ich leb ja noch Ach, du lebst ja noch, stimmt ja Ich lauf jetzt einfach nur davon Ich auch Kann ja am besten Was soll man hier? Überleg gerade, wie ich die anderen noch mache Ich habe ein Magazin Zumindest ein Magazin aufgenommen In nem Beutel Na ja, soviel dazu Du hast keine Songs, Alter, echt Nein, Alex, nein, Alex Oh mein Gott Nein, Alter Aber Runde 25 Ich rette dich, Kevin Ich rette dich Ich dachte, du bist das gerade Zu mir angelaufen kam Aber es war ein Zombie Oh mein Gott Jetzt bist du auch noch down Ja, ich bin auch down Da kam vor Kevin Die ganze Zombies mit ihm 8 Sekunden Wolltest du mich nicht retten? Ich bin auch down Ey, Alex Du lässt mich geliehen Und rett zu Kevin Ich renne erstmal so Dass ich überlebe Ich bin weg Ja Da ist ein Ihr könnt euch wiederbeleben Wie schon gesagt Nö, möchte ich nicht Wie denn? Alex, es macht keinen Sinn Dass du mich wiederbelebst Oho, ich habe es geschafft Alter Zimmermann Ich bin Zimmermann Das kann der Wolf, den Letzten Ist das dann natürlich verhauen Wo soll hier der Fernseher sein? Auf der Theke steht der Amt auf den Tresen Ganz alter Achso Und dann hältst du 4 gedrückt Dann kannst du uns zugucken Am besten guckst du mir zu Dann siehst du mal Nee, ich gucke Alex zu Wollen wir nochmal eine Runde Achterbahn fahren? Nein, ich möchte einfach nur Überleben ein bisschen Du kannst theoretisch Wie viele Tickets hast du? Chris 321 Du brauchst 500 Dann kannst du eine Spezialwaffe kaufen Cool Wie soll ich diese Ja, Geisterwaffe In 1 Stunde und 20 Minuten Geht das Video weiter Ich bin gerutscht Krass Habe ich auch nicht gedacht Und das mit mir Ja Du bist die größte Hilfe dabei Oh was? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh shit Das war leicht Knapp Aber nur leicht Ich lebe noch So Ich lebe mit einer Pistole Alex braucht eine Waffe Ich nicht Also Ich mach auch mit einer Pistole Alex, dein Ernst Was denn? Hä? Ich dachte, dass Alex Der mir entgegenkommt Du bist behindert Wette Bulle Was machen die denn da? Das habe ich nicht Oh mein Gott Ich habe die Falle aktiviert Loll, Alter Bei mir wie viele Zombies hier sind Kokir-Stero ist eine Spezialwaffe Wenn du 500 hast Dann kannst du die kaufen 500 hätte ich Aber ob ich da lebend hinkomme Also 500 Tickets Das ist über deinen Punkt Achso Lebst du wieder, Kevin? Naja Eine Granate habe ich noch, ne? Keine mehr Ja, ich kann jetzt nur noch laufen Oh, wie lange die mittlerweile brauchen Ja, ja Ich habe das Gefühl Gleich ist echt Ende, Alter Ich brauche noch schnell 100 Punkte Und wie viele laufen wir noch in deiner Ich will noch eine zweite Spezialwaffe bauen Ah! Oh mein Gott Guck mal, wie viele bei mir noch sind Die darfst du auch nicht vergessen, Alex Ja, so viele die bei dir sind Das ist alles easy Dreh dich mal um, zeig mal, Chris Oh Oh, shit, 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 shit Oh, Chris, warum tötest du die nicht? Ja, ja Ey, schneller als ich, der fette Cop Das ist der Kaufhaus-Cop Ja Oder du Vulkanfall Wie viele sind denn das hier noch? Ey, die spawnen bei mir noch alle frisch Ich gehe nach oben einfach Wie oft habe ich den Bullen schon angeschossen? Der steht immer noch Öft Gleich habe ich die 300 zusammen Oh, der Bullen Der scheiße Robert Der hat mich fast blockiert Der steht immer noch Alter Dass das so ein langes Video wird, ey Chris hat Panik Und ich mache hier in Ruhe Meine Spiele Ja, wieso habe ich Panik? Ich laufe ganz viel zu jetzt Machen wir da mehrere Teile draus Oder am Stück? Das weiß ich selbst nicht Alter Eine Eineinhalb Stunden fast So, jetzt habe ich keine Munition mehr Jetzt laufe ich wirklich nur noch Also jetzt laufe ich nur noch Ach, das ist schon aufgekauft Ich meine, ich muss hier lang Bei mir spawnen keine neuen Zombies mehr Das ist schon was Gutes Ich habe die ganze Zeit Die laufen mit mir nur im Kreis Moment Oh, ich kann meine Waffe theoretisch kaufen Warte mal, wo war nochmal die NV? Warte mal Soll ich es mal probieren? Kannst du theoretisch machen Okay Ich hole noch einen Teil für eine Spezialwaffe Vielleicht kann ich noch eine bauen Dass einer von euch die nehmen kann Weil die haben halt richtig Wumms Okay Ich glaube ich muss dann lieber unten lang Wäre vielleicht ein bisschen besser So, einmal hier lang Muss ich den jetzt noch ganz hin? Das sollte eigentlich ein COD4-Abend werden Kein Zombie-Abend Ja Also der ist ein Zombie-Abend Alex, du schuld Oh mein Gott, ja Oh, bitte lass uns aufnehmen Da liegt doch irgendwas, da liegt irgendwas Was denn? Was denn? Oh mein Gott, sind hier viele? Alex Ich verzieh mich schon Kannst du dir alle selbst holen, wenn du willst Das ist so eigentlich Genau, macht fertig hier Der Bulle läuft immer noch Ich muss noch ein Teil holen Ich weiß mal nicht, von welchem Teil das war Alter, Alter Guck mal, wie lange ich brauche Oh mein Gott Ich glaube Ey, pass auf, dass du nicht in der Pfade läufst Ja, ich laufe es jetzt zurück Guck mal, selbst ein Trawler Ey, wo ist denn das scheiß Boot? Kevin, wo ist das Boot? Was für ein Boot? Das mit dem Teil drauf Samtix-Granaten Alter, kommt's Oh, oh Alter Schon langsam so einen steifen Nacken irgendwie Ja Massierst du mich, Kevin? Du bist ja eh dauernd Die einzige Steife bei dir im Leben Ey, wo ist die Mitte? Ey, meine Brille ist weg Oh mein Gott Meine Brille ist weg Und jetzt kam das scheiß Boot, ey Hast du das gesehen, Kevin? Ne, ich guck gerade Alex zu Hier spawnen wieder neue Oh Gott Ich brauche eine neue Waffe Hier ist ein Klau Mann Alter Oh mein Gott Ich muss mehr Münzen haben Dann kann ich meine Spezialwaffe mal aufsammeln Oh fuck, was mache ich denn? Warum habe ich nicht die Spezialwaffe ausgelöst? Das spawnen neue, Alex Oh nee, doch Oh, der fette Bulle hat eine Samtix Ey, die rennen schneller Wenn du den Samtix dran wirfst, ne? Oh cool Echt? Gut zu wissen Ja Kommt da richtig Freude auf Ja, guck What? Ach nein Ich brauche Muni Jetzt kommen sie alle zu dir, Alex Und die rutschen jetzt perfekt entgegen Mit einer N4 Oh mein Gott Ich will mit den COD4 spielen Ich will auch COD4 zocken, Mann So, ich habe neue Karten Vielleicht bringt es mir eher was Ja, ich habe nur 20 Downs Ich bin richtig downy Beleb mich wieder Anlegend 5 Sekunden Komm Komm Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, ich kriege meine komplette Challenge wahrscheinlich voll Mit dem Wiederbeleben Ja Wie habe ich denn jetzt? 10 Wie lange die Runde hier schniert, ey Was liegt da, was liegt da, was liegt da bitte, Munition Vereinigt, was kann man da alles einsammeln? Wie krank ist das denn? Ja, da kann man echt zu viel schon holen 1, 2, 3, 4, 5, 7 Sachen Wie schnell die Zombies hier sind, finde ich Leute, was ist das? Oh mein Gott Es gibt noch andere geile Waffen Was hast du? Hast du aber auch schon 2 Hits Ich bin wieder da Yay Wir haben die Runde geschafft Ich habe nur noch Punkte Keinen Perk Keine Waffe Ey, ich habe mich schon Alex, Juggernaut Ganz schnell, wo ist das? Ja, renn Kevin hinterher Richtung Kevin Ich weiß selber nicht, wo es ist Aber du gehst in die richtige Richtung Ich glaube, ich weiß Den Weg geht durch und am Ende rechts Ja, ich weiß Ja, ich bin da Ich auch Du wirst auch nicht lange überleben, Chris Ich kann dich nicht Ich kann Der Wohl-Jugger noch kurz stirbt Und dann froh ist, dass der stirbt Nein, ich sterbe nicht Bist du behindert? Nicht? Ich habe ihm geholfen Ich habe eine Falle aktiviert und alles Ich habe mir eine Folge gekauft Nochmal Oh mein Gott Ich brauche unbedingt eine andere Waffe, Mann Ich renne mit zwei Standard-Waffen rum Willst du mich rollen? Ich hätte gerne die Startpistole Aber gepuncht Ja, ist klar Ja, echt? Die ist gepuncht Ist die einfach komplett explosiv Was? Ja Im Ernst? Ja Ich weiß gar nicht, warum ich schieße Das ist was, wenn ich mit einer Software Auf jemanden schieße Alter, ich habe gerade bestimmt schon 15 Kugeln auf so einen Grabler geschossen Das stirbt einfach nicht Ja, das ist unfassbar, ne? Oh mein Gott, ey, bei mir halten die auch schon so unfassbar viel aus Ich fahre Achterbahn Ich fahre auch mit Ich will Punkte machen Ich gehe aber schön los Ihr will schon, dass ich dann wieder alleine bin, ne? Ich bin ja eh nicht da, also Fuck, jetzt kommen die alle da raus Damit meine Zuschauer jetzt auch mal was sehen Außer weglaufen Ein großer Drache Los geht's Ist jetzt richtig gruselig Ich möchte COD4 spielen Oh mein Gott, bin ich scheiße mit dem Ding So Waffen Ich habe keine Munition Ich habe nicht mal einen Schuss von irgendeiner Waffe Fuck Fuck, 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 fuck Was nimmt mich, was nimmt mich, was nimmt mich Komm, nehmen wir den Schock Was ist das hier? Was bist du? Magazin, jawohl Ach, schon wieder die falsche Waffe ausgewählt, Mann Die werden immer schneller, ne? Das juckt die mittlerweile echt nicht mehr, wenn du die anhittest Du kannst ja ja auch nicht alle treffen, wenn du alleine gehst Insta-Kill Insta-Kill? Ja Soll, und ich vor Achterbahn Ey, komm, ich kann da die punchen Ja, hau sie alle weg Kommt schon Muni Oh, wie gruselig Ah, jawohl, die Sonnenbrille Oh, was? Ist schon vorbei Mir fehlen noch 172 Punkte Welche Waffe hast du? Äh, die Volk und die NV Kevin, ich färte mich ab, da kann ich fahren Du hast doch eigentlich relativ viel Platz, wo du grad warst Ja, da laufe ich jetzt immer wieder im Kreis Nein, scheiße, 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 Mann Haut ab, ihr stinkt doch Ich kann jetzt punchen, wo ist das, Alex? In der Mitte, beim Portal Oh, ich bin tot Ey, zeig, wo? In der Mitte beim Portal Was ist daran denn so schwer zu verstehen? Am Start, oder was? Ja Wo ist denn der Portal? Ja, du, halt mit diesem Riesenportal in der Mitte Da, genau, vor deiner Fresse Jetzt kommen die alle zu mir Jetzt kommen die alle zu mir Oh nein Ich hab die falsche Waffe reingetan Oh nein Sag nicht, wie du hast eine Sache Ich hab die falsche Waffe reingetan Was kannst du eigentlich? Oh mein Gott Na, jetzt hat die NV gepuncht Ist auch nicht schlimm, oder? Die ist jetzt nicht so stark in die Folge Aber immer eine erst eine gepunchte Waffe Sonst können wir hier theoretisch noch chillen, wenn du willst Wir haben ja noch 22 Sekunden Wo bin ich? Kann man leider nicht sofort punchen Oh, was ein Comeback ich habe, oder? Ja, unfassbar Ja Ich bin selbst überrascht Ich habe jetzt 1100 Kills Also fast 1200 Kriegst du da schon fast 300 Kills? Die töten immer noch nicht die Waffen Alter, Mann, das kürzt mich so an, Alter Ich kann nichts machen, ey Du beschwerst dich? So geht's mir seit einer Stunde? Ja, das bist auch du So einen hohen Kobold, ey Aber wirklich viel mehr Munition hat man ja nicht, ne? Ja, allgemein Nein, die Waffen sind halt so schwach dieses Jahr Du musst halt echt dieses Easter Egg abschließen Und dann doppelt punchen Oh, ich bin in der Falle gelaufen Hast du noch was besser mit dem öfter punchen, ne? Ja, das möchte ich auch Oh, ich habe zumindest ein paar Zombies platt gemacht Ah, ich glaube, das war es für mich jetzt auch Das ist einfach zu viel jetzt Nein, aber Das sind zu viele jetzt Mensch, wo bleibt mir das Drecksboot schon wieder? Tito krieg keinen neuen Zaptacks Alex, mach mal in die eineinhalb Stunden Chris und ich, wir können nichts mehr machen Ey, ich habe wenigstens eine punchte Waffe Ja, guck mal, Chris kann immerhin was Ja, na klar Guck mir doch mal zu Ich bin Jetzt erst tot Ich punch jetzt eigentlich nochmal, Alex Perfekt Ich brauche auch eine neue Waffe Ich habe nur noch 200 Schuss Aber ich brauche noch 1500 Punkte Ich muss ja irgendeine Waffe abgeben Ich will nicht mal eine Spezialwaffe abgeben Falls wir Max immer kriegen Ich mache jetzt einfach die hier Ich wollte zwar die andere Zum Bauen eine Spezialwaffe nutzen Aber muss ich jetzt auch drauf scheißen Oh Oh, hi Ist das da hinten? Magazin? Geld Das ist so heftig Selbst bei gepunchten Waffen Stammt die so schwer Wieso hast du? Wieso? Ich kann punchen Ich fähre auch mit Also habe ich zwei gepunchte Waffen Kevin, wie viele hast du? Du hattest dieselben wie ich Die sind absolut scheiße Ja Waffen glaube ich allgemein sind scheiße Aber das ist halt die einzige Möglichkeit Munition zu haben Ja, nimm die Du musst mal damit schießen, Chris Aber dafür, dass ich Dafür, dass ich vorhin gar nichts hatte Ist das schon gut, oder? Das ist wohl richtig Das war wohl in Tausch Ja, du dritt wieder raus Geht direkt weiter Oh fuck Guck mal, die hat schon mal 10 Schuss mehr Und insgesamt ein Magazin mehr als die NV Oh yeah Boah, die zieht aber echt krass hoch Boah, die, die ich jetzt auch habe Ist komplett übertrieben Aber ich finde die voll Wenn das jetzt eine Waffe wäre Die kein Laser schießen würde Wäre es einer der bestaussehendsten Arkanen von COD Ohne Scheiß Das stimmt, ja Die sieht extrem gut aus Nur haben sie verkackt Ich habe gleich schon wieder keine Muni mehr Aber wieso habe ich keinen neuen Zamtix dazu gekriegt? Zamtix kriegst du nie dazu Du hast halt in die Waffe geflanscht Ja klar, nein Oh Natürlich, ich habe die letzten Runden immer Zamtix dazu gekriegt Achso, zum runden Start, ja Ja, habe ich diese Runde aber nicht gekriegt, komischerweise Was bringt das eigentlich? Hä? Ey, die kippen nicht um Ah, okay Oh mein Gott Du lauf mir jetzt bitte nicht im Weg, ne Lauf mir nicht in meine Runde Ich habe jetzt ihn aufgenommen und die verkackt falsche Waffe dafür benutzt Ich bin sehr debütend Also, dass wir so weit kommen, hätte ich nicht gedacht Hätte ich auch nicht gedacht Habe ich neues C4? Nein Entflammen wir sie alle Ich habe gerade, wie ich diesen Comeback machen kann Wie denn? Ich weiß nicht wie Es spawnen permanent noch neue, ne? Ja, ja Warum läufst du denn auch hier, wo ich bin? Ich habe hier Feuerchen gemacht Lass mich Der hat einen Schulrucksack auf Der arme, der war mit seiner Klasse hier Ey, das ist ja übertrieben, wie viel die aushalten Das Einzige, womit ich ein Comeback machen könnte, wäre, wenn Insta da ist und ihr mir alles überlasst Das ist wohl richtig Habe ich Insta dabei? Ich glaube nicht Naja, ich habe versenkte Haut dabei Und eine Sonnenbrille Ey, es kommen einfach zu viele Ich habe einen Rucksack Mit Magazin? Was? Ja, da liegen manchmal so Rucksäcke Ich brauche unbedingt mal wieder Magazine Und Zeit Um nachzudenken Ah, ein Clown Spawn haben noch welche? Ja Die lassen sich aber auch Zeit beim Spawnen Das ist unfassbar Ich punche jetzt gleich noch Ah, der geht ja nicht Ich kann an die Kiste Wir lassen da einer leben, okay? Wo ist die Kiste? Wo ist die Kiste? Ich bin auch ran Was? Zwei punche Waffen Ja, aber ich will an die Kiste gehen Dann kann ich vielleicht eine bessere kriegen Hä, wo ist die? Da! Ich weiß, wo die Kiste ist Ich bin unterwegs zur Kiste Bei mir läuft noch einer Bei mir läuft noch einer Zwei Stunden sind wir Bei mir läuft noch einer, Alex Noch einer? Bei mir läuft noch einer Okay, ich hole erstmal das Teil Für eine Spezialwaffe, okay? Ich gehe zur Kiste, okay? Ich kann ja mit denen die ganze Zeit im Kreis rennen Ja, okay, stimmt Auch, ja Wie komme ich da hin? Warte mal Das ist da oben bei den Rutschen Wie komme ich hoch? Oh, oh, oh Das rutsche hoch Ah, da wo ich gerade bin Hey, ist doch nicht das Boot runter oder nicht? Ach, da ist es Durch den Eiskanal gehe ich, ja? Ja Ah, okay, perfekt Welches war es das nochmal? Äh Wo muss Wo ist die Kiste, Alex? Ich bin jetzt hier Ah, okay, perfekt Nee Ey, warum haben wir das Heimlich bekommen? Wo ist das? Ich bin bei dir Äh Wo ist die Kiste? Ach, da, okay Hier bei mir, glaube ich Ja Lass mich erstmal dran, ja? Okay, ich Nehmen wir mit Ja, Kevin So habe ich mich gerade hier an der Zeit gefühlt Ja, die rennen die ganze Zeit rum Die Waffe ist, warte, ich muss nochmal drangehen, weil die Waffe ist kacke, die ich hier habe Ach, hier hast du auch Karten, ne? Wie der Park aufgeteilt ist Wie ging der Schweller nochmal? Was muss ich nochmal machen? Ich glaube, da hinten war es, oder? Pass auf, der ist hinter dir Ja, ich führe den ganzen hier im Kreis Boah, ich muss unbedingt zur Arcade-Halle, ich muss Punkte machen Ey, wir sind eigentlich Runde 27 Ja, easy Alter Wie ist die Reaver? Ich habe keine Ahnung Chris, übernehme die hier mal Warte, einmal gehe ich noch dran und dann übernehme ich Weil dann mache ich gleich meine Punkte und dann hole ich das letzte Teil für die Schweller Und dann gebe Kevin den Schweller Die Volt weg hier Die NV weggegeben Oh, die sieht gut aus, die Kaba Die sieht gut? Ja Okay So, ich, ich, äh, gib mir das Ding Kaba, die Hürden Kakao Kann der auch rutschen? Dein Typ? Ja, der Dicke Der Dicke? Der Zombie! Achso, rutschen kann, ne Ich gehe jetzt, ich gehe jetzt punchen, ja, mit dem Ich kann auch punchen gehen Wir hören, ans Glück, du hast erst nochmal Ist das eine Dreischusswaffe? Ah, die Kaba ist keine, die, ist das nicht der Dreischuss im Online-Modus? Nein, vollautomatisch Kevin, was machst du gerade? Ach, Teddybär Ich schaue zu Komm, wir gehen punchen an, ich warte auf mich Ich will nicht mit der punchen gehen Scheißegal Ich gehe, nee, ich gehe in die Arcade-Halle Ich will meine Punkte machen Dann kann ich Kevin gleich die Shredder geben Die Shredder ist halt richtig, ähm, zuerst Also die Kaba ist aber besser als die NV, ne? Ja, das schon Ja, Wandwaffen sind allgemein natürlich nicht so stark Wie die normalen Kistenwaffen Ja, toll Ah, ah, ah Oh mein Gott Oh mein Gott, Alter Bist du tot? Ich dachte, der wäre noch verkischt Wieso überlebt der das, Mann? Ich würde COD4 zocken Ohne Scheiß, Alter Eine Stunde, 40 Minuten Der ist ja davor Ich dachte, ohne Scheiß Ich dachte mit dem so halbe Stunde auch Habe ich auch gedacht So Ja, das habe ich mir meinen Arm nicht vorgestellt Das stelle ich schon nicht Ich dachte eigentlich auch, dass wir schon 7,4 Ich dachte so schön, Team Taktisch Ja, das machen wir gleich auf jeden Fall Naja, die 10 Minuten wahrscheinlich noch übrig bleiben Ja, ich gucke mal Aber da haben wir immer noch eine schöne Stunde Nach den zwei belastenden Stunden Alex, pass auf Töte den letzten jetzt Und dann machen wir Gucken mal, wie weit wir kommen Töte ihn Hab ich Devin, du bist wieder da Na Kloppo, ey Wie der aussieht Schick mal ein Foto Mach mal ein Foto mit, Danny Ich will es mal sehen Ich mag es nachher Wenn der Aufnahme vorbei ist Ey, ich kann mir gar nicht vorstellen Oh, was denn Einmal noch Kevin, warum los Oh, nein, 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 nein Ich habe keine Waffe Was? Oh, fuck Du musst anders hin Was mache ich? Achso, okay, du bist gar nicht mehr bei mir in der Nähe Okay, schon gut, schon gut Ich dachte, du wärst bei mir in der Nähe Alles gut Ich kann mir nicht mal eine Billigwaffe holen Ich habe nur 500 Ja, so ging es mir vorhin Hey, warum habe ich jetzt keine Punkte bekommen? Ey, ich brauche noch nur die paar Paar Dreckspunkte gerade Kann ich noch ein Teil holen Ey, die Kabel, der hat gar keinen Rückstoß Kevin Ja, was was denn? Was soll ich hier machen? Mit einem Eichkanal Ach man, Alter, ich könnte das Video ja an der Stelle beenden, Alter Nur noch das Ende reinschneiden, ey Diese Krabbler gehen mir auf den Keks Oh mein Gott Ja, komm, jetzt gib mir Punkte, verdammt nochmal Gib mir Tickets Stirbt Nein, ich bin der Dicke Oh, nee Oh, ja, das ist schön Oh, nee Das muss ich sehen Ich bin im Keller Wo sind meine Tickets, verdammt nochmal Gib mir meine scheiß Tickets Ich glaube, ich laufe gerade voll in die Falle Ja, ich kriege 10 Tickets So, ich mache mir jetzt noch Zigarette an Rauchen ist böse Nicht nachmachen So Ich brauche nur noch 5 Punkte Dann kann ich endlich die scheiß Schwäder bauen Ich bin im Eiskanal Wer ich denn gleich auch überhaupt richtig bin, ey Ich laufe gerade einfach nur von Rockies weg Quickies Jawohl Läuft die Zombies doch mal mit dem Basketball ab Geht leider nicht Achso Ja, bestimmt sehr effektiv Nein, ich bin der Falle Ach, hier dann nicht So Oh, mein Daumen tut mir weh Oh, mein Gott Wie viele sind da hinten Scheiße Ich muss erstmal eine Waffe haben Wo ist die Kiste hin Die ist fort Oh, nee Jetzt ist der Große vor mir Oh, nein Er ist entkommen Da habe ich vorhin auch gekauft Ah, darum war mal die Tür auf Ich dachte, das war das Ende Aber nein Also ich komme mir gerade ziemlich Warum muss da hinten noch eine Tür sein Oh, shit Mann, ich brauche doch nur Eine Waffe, die ich punchen kann Ach, ich punch jetzt einfach die hier Besser als nichts Die Kaba Gefällt mir So, her damit Geht sie nach oben Ich glaube hier Oh ja, die geht ab, Chris Die hat echt kaum Rückstoß Und die kürt auch ziemlich schnell Im Vergleich zu den anderen auf jeden Fall Warte, pass mal auf Warte, warte, warte Also ich gehe in Pack-Up und Schrauben Falls du noch mit rein willst, dann kannst du gerne mit reinkommen Kann ich die Waffe noch mal punchen für Munition? Nein, geht leider nicht Aber du kannst ja theoretisch, wenn du hier verschnaufen möchtest Für ein paar Sekunden Und selbst wenn man zweimal punchen hat Ihr habt doch gar keine Muni dazu Oder nur beim ersten Mal punchen Ja, ja, das ist korrekt Ich sammle die hier alle schön für uns Ist das Ufo schon unterwegs? Wo ist denn der da? Ich würde schon sagen, wo ist denn der Große? Glaube ich hier eine Falle? Weiß ich nicht Eigentlich hebt es überall einen Weg raus Das ist es ja Es gibt nicht mehr diese klassischen Sackgassen Wodurch ich früher immer gestorben bin Es gibt jetzt überall Wege Autoscooter Wie knapp das war Bei mir? Ich kann ihn leider nicht sehen Ich mache gerade die Falle fertig Ehrlich? Mit dem Autoscooter, ja Oh mein Gott Warum ist hier so wenig bei mir? Weil alle bei Chris sind Ja, ich laufe mir alle hinterher mit dem Dicken Oh shit Ich laufe halt einmal über die ganze Karte Kannst du ja die Falle anmachen Wo war die denn hier nochmal? Naja, jetzt ist es sehr zu spät Ey, ich kenne die nicht Die sind an den kleinen weißen Dingern für 750 An den Wänden manchmal Weil die wäre verfügbar, muss ich kurz warten Hier, such eine Hier? Rechts, rechts, rechts Ich habe es gesehen Immer noch nicht, ey Ich habe kaum noch Munition, das ist ein Problem Komm zu mir am besten Da läufst du falsch Ja, ich weiß nicht, gehe ich rechts Nach vorne links, ne? Ich will den Großen Nein, ich bin nach rechts Der Große ist bei mir Jetzt laufe im Kreis um das Arquete-Ding rum Irgendwo muss da ein Ding sein Sag mal, bist du blind? Sag mir, wenn du siehst Du hast doch dieses Karussell Oder was das da ist Und das ist die Falle, oder nicht? Und da muss irgendwo an der Wand Muss ein weißes Ding sein Rechts Ah, da ist ein Nuke Da ist ein Nuke Bei mir? Bei mir Laut, da jetzt links Oh mein Gott Ah Da Oh mein Gott Ja, jetzt wurde ein Nuke Das war irgendwie Ich weiß nicht, was die Falle macht Aber Ihr kannst dich mal entscheiden Ob du den jetzt aufsetzen willst Oder absetzen willst Nein, ich bin noch nicht am Leben Wie lange geht denn das noch? Meine Augen brennen Ich habe gleich eine Muni mehr Schon wieder Alter, ey Oh, fuck Weißt du, wie lange das Rennen und Hochladen dauert? Das ist wohl korrekt Kannst du ja schneiden Ja Kannst du deine Highlights zusammenschneiden So ein 10-Minuten-Video Aus zwei Stunden, ist klar Oh, fuck, 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 fuck Ich weiß echt nicht, ob ich da mehrere Teile draus mache Weiß ich allerdings mittlerweile auch nicht Da liegt 10-4 Da ist okay, ein Teil Da liegt 10-4 Ey, kannst du mal down gehen, verdammt nochmal Wo war der jetzt 10-4? Ey, der hält viel zu viel aus, da Jetzt kann ich schon wieder keine Seelen sammeln Weil ich Ich habe keine Waffe mehr Die quasi erst mal frei hat Hey Doppeltes Geld Bringt uns ja richtig viel jetzt Warte, ich will die Falle nochmal aktivieren Ah, okay, pass auf, Kevin Jetzt logge ich die hier rein Pass auf Ah So Ich muss jetzt schon wieder Ach, ey Geh dort down Jop, 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 okay Gar keine Munition mehr Ich brauche Max Ammo Ich habe noch 35 Schuss mit der Kaba und 135 mit der Volk Und es spawnen immer noch neue Ich habe noch 0, 0 und 0 Läufst du nur noch? Ja, ich muss jetzt zur Munition rennen irgendwie Wo kriege ich Munition? Gar nicht, ne? Na an sich nicht, außer halt durch Max Ammo oder halt Doch, du hast die Volk, du musst eine Volk an der Wand suchen Achso, ja, die Volk, ja, dann musst du einfach nur für 4.500 kaufen Aber wie viel Geld hast du? Ach, fast 9.000 Reicht das? Dann mal Ja, brauchst 4.500 musst du ausgeben Dann mal da geradeaus Nee, hier war die definitiv nicht Kommt jetzt gar keine mehr Weiter, geradeaus Ja, hier war die, ja, hier oben war die, glaube ich Ich habe mehrere Stellen auf jeden Fall An der Wand hier oben, Robert, warte Da, nein Aber hier irgendwo auf jeden Fall Lauf nach rechts, da Links hoch Dann geh jetzt nicht Ach, defekt Jetzt mal links Hier war die im Haupt Ja, da war Ich scheiße Minispiele die ganze Zeit Komm, 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 komm 50 Tickets Oh, shit Oh, shit Ich auch Nee, dann Wo soll ich denn jetzt her? Wo ging es mal nach unten? Die rutschen oder so, ne? Ey, wie viel man da raufhalten muss, ey Hier, noch eine Folge Siehst du, ist noch eine? Ja Da habe ich, glaube ich, auch gerade gekauft Was ist das denn? Double Tap Was macht das? Das ist eine Kugel, glaube ich Doppelt so gut Schießt auch doppelt so schnell noch dazu Oh, oh, ja, das ist nicht verkehrt So, Mission auffüllen, perfekt Rutschen die auch? Was für alles an, kriegst du Munition? Ja, nice Guck, die rutschen gar nicht Oh, die laufen Guck mal Ich laufe die Treppe runter Chris, komm hier mit lang Komm mit Komm mit, komm mit Wo bist du? Folg mir Wir aktivieren hier einfach die Falle Und dann haben wir Glaube ich, hoffentlich endlich mal die Spezialwaffe fertig Die zweite Oh, hier Ja Da ist schon wieder ein neuer gespawnt Und jetzt? So, wir müssen hier zu diesem Karussell hin Warte, ich kille eben den hinter uns Ich kille mal Boah, die ist viel Rückstoß Da ist ein Alex Ja, ja Die sind alle eingesogen Oha, Alter Du musst nur öfters die Falle wieder einsetzen Alter Alter, hier gefallen mir die Falle extrem gut in den Ja Okay Wo ist die Wunderwaffe jetzt? Ja, die muss ich noch bauen Ich muss jetzt erstmal die Weiter machen quasi Oh fuck Woher? Oh fuck Du sollst mir nicht folgen Oha, oha, oha Chris ist entkommen Wie sieht es jetzt bei Alex aus? Was? Ich renne einfach Alex, nein Nein Es ist vorbei? Ja Oh nein Es ist endlich vorbei Ach ey Eine Stunde 49 Minuten Oh mein Gott Damit hätte keiner von uns errichtet heute Also im Grunde war es ganz nett Ja Nur es war wieder Also für mich persönlich Nach einer Stunde Weiß ich nicht Dann ist immer dasselbe so Weißt du Am Ende kann man wieder sagen Dass Alex wieder schuldig ist Das Problem war War es wie schon in Black Ops 2 Oder Black Ops 3 Zombies Das halt Weiß nicht Nach einer Zeit Irgendwie langweilig ist Genau Das ist wohl leider richtig Aber ich würde mal sagen Leute Das war es von diesem Mehr als langen Video Oder zweiten Teil Ich weiß es selbst nicht genau Ich weiß es auch noch nicht Ich habe eine Vermutung Warum am Ende so viele Zombies kamen Weil alle gestorben sind Nein 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 Kann es sein Weil einmal ein vierter Spieler drin war Das stimmt Das kann Sinn Ja Ich glaube dadurch würden die Spawns angepasst Ja Toll gemacht Ja Ja aber Da sieht man mal Dass man uns damit nicht aus dem Konzept bringen kann Genau Richtig Also was war es jetzt Runde 27 Genau Ja Fürs allererste Mal Also genau Das muss man dazu sagen Wahrscheinlich hört jetzt eh keiner mehr zu Weil keiner mehr das Video hier guckt Aber für mich und Kevin war es die erste Runde Das ist echt so Für mich war es die Wunder zergefüllt Ich verabschiede mich dann jetzt Ich hoffe ihr fandet es cool Wie gesagt Kann sein Dass es jetzt Das Ende vom Video ist Oder das Ende vom zweiten Teil Überlege ich mir noch Ich bin da weg Und das letzte Wort haben Chris und Alex Ja es war eine sehr angenehme Runde Wir sind echt weit gekommen Und ich nicht gedacht Dass die beiden Pflegefälle so gut spielen können Also wir freuen uns auf die nächste Karte Will ich mal sagen Chris Und was man noch sagen kann ist Erst hatte ich wirklich Einen extremen Einbruch Und am Ende war es dann Kevin Komischerweise Du kommst einfach nicht zurück ins Spiel Ich habe es zum Glück irgendwie geschafft Keine Ahnung wie Aber es hat am Ende hin doch Noch ein bisschen Spaß gemacht Auf jeden Fall war es das von diesem Video Genau Vielen Dank fürs Zuschauen Und ich würde mal sagen Falls ihr noch so eine Runde haben möchtet Dann lasst auf jeden Fall mal Ein Däumchen nach oben da Das war es jetzt von mir Haut rein Leute Letztes Wort geht an Chris Tschüssi Ja so 1500 Daumen Easy 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 2000 Das hätte es am Anfang sagen müssen Genau So tschüss jetzt Tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal